Ja, guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen hier im Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Unsere Ausstellung Überlebensmittel läuft ja jetzt schon seit einigen Monaten und einmal im Monat laden wir sie ja ein zu einem Thema, das im Zusammenhang damit steht. Heute haben wir ein Thema ausgewählt, das vielleicht nicht nur im Zusammenhang mit den Nahrungsmitteln steht, sondern eigentlich breiter zu fassen ist, nämlich tatsächlich auch, wie wir wirtschaften und wie wir damit umgehen und sehen ja auch, dass wir neben den üblichen Marktinstrumenten andere Dinge bedürfen und andere Dinge in den Blick nehmen müssen. Deswegen freue ich mich, dass wir heute Abend zu einer Diskussion zusammengekommen sind und ich werde jetzt nicht lange reden, sondern die Vorstellung der Diskutanten übernimmt Herr Dr. Michael Reitemeier, Leiter des Ludwig-Winterhorst-Hauses in der Nähe von Lingen und insoweit schön, dass Sie da sind und heute Abend uns durch den Abend führen und dass Sie die Diskussionsleitung übernommen haben und deswegen halte ich mich jetzt zurück und übergebe Ihnen das Wort. Herr Reitemeier, Sie sind jetzt hier der Chef des Ganzen. Naja, das ist ein bisschen sehr hochgegriffen. Also auch erstmal von meiner Seite einen ganz guten Abend. Schön, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Ich glaube, das sind schon echte Fragestellungen, denen wir uns heute Abend zuwenden werden. Es geht natürlich nicht darum, heute Abend mal eben so kurz in anderthalb Stunden die Welt zu retten. Das tun wir natürlich dann nochmal an anderer Stelle. Aber es geht darum, vielleicht so ein kleines Stückchen dahin weiterzukommen und auch Impulse zusammenzusammeln. Ich glaube, das ist wichtig. So etwas lebt immer wieder von Anregungen, die ja letztlich einen Anreiz dazu darstellen, die Dinge auch mal konkret umzusetzen. Wir würden heute Abend nach der Vorstellung, würden wir uns so ein bisschen an dem Dreischritt Sehen, Urteilen handeln, entlang hangeln, sehen. Ich glaube, gesehen haben jetzt viele die Ausstellung. Ja, und die Analyse ist auch offensichtlich. Wir würden dann beim Thema Urteilen, würden wir etwas schneller dann ankommen und uns über Kriterien, über Leitgedanken unterhalten und im dritten Schritt dann über Umsetzung sprechen. Natürlich auch über die Probleme, die mit Umsetzung verbunden sind. Dann, so gegen halb acht, denke ich, dann haben wir alles fast erschöpfend durchdiskutiert. Dann ist das Wort an Ihnen. Das heißt, Sie haben sicherlich eine Menge Fragen mitgebracht und Sie haben hier natürlich Experten, eine Expertin, drei Experten aus unterschiedlichen Kontexten und da, die würde ich an Ihrer Stelle wirklich mit Fragen zudecken, mit Fragen bombardieren. So, dann werden wir so gegen acht Uhr eine Abschlussrunde haben und ich hoffe, dass wir dann ein schönes oder ein akzeptables Ergebnis mitnehmen. Jetzt zunächst einmal nochmal zur Vorstellung der Diskussionspartner heute Abend. Hier zu meiner Linken sitzt die Landessuperintendentin des Sprengels Osnabrück von der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Frau Dr. Birgit Klostermayer. Sie ist jetzt die Theologin. Sie ist also für die ethischen Fragen zuständig. Die Aufgaben, die teile ich jetzt einfach mal zu. Sie sind jetzt seit 2015 hier in Osnabrück, sind 1960 in Herford geboren, haben Theologie und Soziologie in Göttingen und Heidelberg. Sie studiert. Sie waren zwölf Jahre ab 1989 als Pastorin in der Gemeinde Pastoral tätig in Wunstorf. Dann haben Sie vier Jahre am sozialwissenschaftlichen Institut der evangelischen Kirche in Deutschland, in Hannover, gearbeitet. Zu Ihren Schwerpunkten gehören eben halt auch Ethik und Sozialpolitik. Und bevor Sie nach Osnabrück kamen, waren Sie vorher in Berlin, Superintendentin des Kirchenkreises Berlin-Schöneberg. Was Ihnen ganz wichtig ist, das haben Sie mal am Telefon gesagt, ist Schöpfung stärker als Gabe und Geschenk zu betrachten. Zu meiner Rechten sitzt Friedrich Ostendorf. Er ist mit Leib und Seele Biobauer. Das darf man vielleicht so sagen. Sie sind 1953 geboren und Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dass es nie eine Frage für Sie war, was Sie werden sollten. Es war ganz klar, Sie werden Landwirt, haben dann mit 21 ihre Meisterprüfung gemacht und danach sind Sie gleich auf Konfrontationskurs zum Bauernverband gegangen, weil Sie gesagt haben, Leitidee der Landwirtschaft kann nicht länger sein, wachsen oder weichen. Von 2002 bis 2005 und jetzt seit 2009 sind Sie Bundestagsabgeordneter und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft. Ihre Leitgedanke ist, Sie treten natürlich für die ureigenste grüne Politik ein, den Einsatz erneuerbarer Energien und für eine bäuerlich-ökologisch orientierte Landwirtschaft. Was das bedeutet, werden wir dann gleich noch ausführlich hören. Dann nochmal zu Rechten sitzt Herr Dr. André Berghäger. Er, würde ich sagen, sitzt hier heute Abend als der erfahrene Finanzpolitiker, aber auch der erfahrene Kommunalpolitiker, der sehr gut weiß, wie man vor Ort manchmal Dinge umsetzen muss. Sie sind 1972 geboren, aufgewachsen in Osterkappeln. Ihren Grundwehrdienst haben Sie in Delmenhorst abgeleistet und haben zunächst eine Ausbildung im Verwaltungsdienst des Landkreises Osnabrück gemacht. Danach haben Sie Jura in Osnabrück studiert. Von 2004 bis 2006 waren Sie dann in Melle Finanzdezernent und danach sind Sie dann Bürgermeister geworden, hauptamtlicher Bürgermeister bis 2013, bis Sie dann in den Bundestag gekommen sind und direkt gewählt worden sind. Sie wissen, dass die Schulden der öffentlichen Hand in einem krassen Widerspruch zu Nachhaltigkeit stehen und sagen auch, dass man die Leute mitnehmen muss. Last but not least, Dr. Heinrich Pottermann, ihn brauche ich nicht großartig vorzustellen, aber zwei Dinge. Ich würde sagen, er ist ein kluger Pfadfinder als Generalsekretär der DBU und was ich noch sagen wollte, wir haben mal eine gemeinsame Zeit, relativ kurz, im Umweltministerium von Düsseldorf gearbeitet. Ich war da Leiter des Kabinettreferats, so nennt sich das und Herr Dr. Pottermann war stellvertretender Abteilungsleiter für Landwirtschaft und Leiter des Landesamtes für Ernährung und Jagd, Ernährungswirtschaft und Jagd. Und dann ist er schnell 2007, danach ist er dann eben halt Leiter des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz geworden mit insgesamt 1400 Mitarbeitern. Und das war sozusagen dann die Generalprobe, um Generalsekretär der DBU zu werden. So, das war jetzt einmal kurz die Vorstellung, auch mit wichtigen Anliegen der einzelnen Personen. Mein Name ist Michael Reitemeier. Seit 2010 leite ich das Ludwig-Windhorst-Haus in Lingen. Wir sind also eine große Einrichtung der Erwachsenenbildung und Katholisch-Soziale Akademie des Bistums Osnabrück. Von Haus aus bin ich Bibelwissenschaftler, aber manchmal mische ich mich auch in andere Dinge ein. Theologen behaupten ja immer von sich, sie könnten alles. Das ist ein bisschen überheblich, aber gut. Sie werden Nachsicht mit mir haben. Ich möchte einsteigen zunächst einmal mit einer persönlichen Frage. Herr Berkeger, wir haben jetzt Frühling, wunderbares Wetter, die Bäume schlagen aus. Ich bin immer wieder völlig fasziniert von den Blüten. Haben Sie in den letzten Tagen oder Wochen auch etwas Zeit im Garten verbringen können? Das funktioniert. Funktioniert? Es ist wirklich eine persönliche Frage und die kann ich nur mit Ja beantworten, weil wir in der letzten Woche die Sitzungswoche hatten und jetzt die osterfreie Sitzungszeit haben und deswegen zu Hause sind. Und als ich dann in den Garten geschaut habe, hat er geschrien. Und da mussten wir natürlich mal wieder dran. Und das ist auch wirklich für die Familie und für mich persönlich immer ein großer Ausgleich zum hektischen Alltag. Was freut Sie denn da besonders an dem Garten? Das Rasenmähen oder das Vertikutieren oder noch ein paar andere Dinge? Ja, gerade jetzt in der Zeit, das Erwachen der Natur. Man kann ja zusehen, wie die Natur sich entwickelt, wie alles wächst und blüht und anfängt. Und das ist einfach schön, draußen zu sein, eben in der Natur, sich dort zu bewegen und da Zeit mit der Familie zu verbringen. Und wenn man dabei noch die notwendige Gartenarbeit erledigen kann, umso schöner. Dankeschön. Frau Dr. Klostermayer, gab oder gibt es Punkte in Ihrem Leben, an denen die Schönheit der Schöpfung eine ganz besondere Bedeutung für Sie bekommen hat? Das funktioniert auch. Ganz besondere Bedeutung. Also ich glaube, es ist grundsätzlich, ist es so, dass es mich immer tröstet, wenn ich in die Natur fahre. Also ob ich wandere oder mit dem Rad fahre. Sehr beeindruckt hat mich, das muss ich schon sagen, als ich in Berlin Superintendentin war und draußen im Brandenburgischen war, die Kraniche, die dann zu 80.000 einfliegen mit einem riesen Lärm. Wir haben das hier ja auch etwas, Dipolz im Dipolzer Moor. Aber das waren nochmal ganz andere Größenkategorien und das fand ich sehr beeindruckend, beängstigend, alles gleichzeitig. Es hat mich schon sehr sprachlos gemacht. Dankeschön. Frau Ostendorf, gibt es bei Ihnen auch Momente, wo Sie sich an der Natur so richtig freuen können? Jetzt, wenn wir nach draußen gehen, ist die schönste Jahreszeit für mich als Bauer. Ja, wir haben sitzungsfreie Zeit in Berlin. So schaffe ich es auch jetzt manchmal, auf dem Acker, auf dem Wiesen zu sein. Das ist sehr erfüllend, sehr baulich. Umso mehr stört es mich, dass rings um mich herum die Natur gelb wird und nicht mehr grün ist. Sie ahnen es schon, wo es hingeht, weil meine Nachbarn meinen, sie müssten die Natur zügeln mit Glyphosat. Das ist dann oft ein Zwiespalt. Ich habe das Grundverständnis, dass diese Jahreszeit im Grundton in der Natur grün ist, nicht gelb. Gelb wird es erst, wenn der Raps blüht. Das ist noch ein paar Tage hin, aber das wird demnächst auch passieren. Dann wandelt sich der Acker teilweise zu gelb. Oder bei den Vorsitzien. Aber das ist ja durchaus dann ein anderes, schöneres Gelb. Herr Bottermann, auch Sie kommen jetzt dran. Gibt es bei Ihnen zu Hause, ich glaube, am Niederrhein sind Sie beheimatet, gibt es da so einen Ort, wo Sie sich dann auch ganz gerne mal in die Natur zurückziehen? Ja, da gibt es viele Orte. Aber ein ganz wichtiger Ort ist, ich habe vor 18 Jahren gegen viele Widerstände eine Wallhecke gepflanzt. Damals im Kreis Wesel zusammen gab es ein Programm und dann habe ich 500 Meter Wallhecke gepflanzt und mich von durchaus auch einigen kritisieren lassen, wie kann man denn sozusagen gute Fläche für eine Wallhecke verwenden. Und jetzt nach 18 Jahren ist diese Wallhecke groß, blüht und ich nenne es immer, es ist der Hort der biologischen Vielfalt, weil dort Pflanzen sind, Tiere sind, Insekten sind und auch Kleinstlebewesen, die man häufig findet. Und da bin ich wirklich sehr gerne und schaue mir das an und kann mich jedes Mal daran freuen, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und Sie gehören dann so ein bisschen mit zum Ökosystem der Wallhecke. Genau, richtig. Der Beobachter, genau. Ja, vielen Dank. Ich glaube, also das scheint fast banal zu sein, aber ich glaube, unser ganz persönlicher Zugang zum Thema Schöpfung ist nicht so ganz unwichtig. Ist ja die Frage, ob wir alles als Mittel zum Zweck sehen oder ob wir auch gelegentlich mal staunen. Kinder können noch am besten staunen. Aber ich halte das für eine ganz wichtige Grundhaltung. Und damit sind wir jetzt beim nächsten Schritt. Wir wollen uns, wir sind jetzt beim Urteilen sozusagen, wir wollen uns mal die Kriterien angucken, die unser Handeln bestimmen könnten. Und da gab es natürlich in den letzten zwei, drei Jahren jede Menge von Papieren. Unser tägliches Brot gibt uns heute von Seiten der EKD. Es gab die Enzyklika Laudatus Si von Papst Franziskus. Es gab Verlautbarungen des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, globale Umweltveränderungen. Es gab die Weltklimakonferenz und und und. Und es wurde auch ziemlich viel Papier produziert. Aber es lohnt sich einfach mal zu gucken, was steckt da eigentlich hinter. Und so geht es jetzt erstmal an meine erste Frage an Sie, Herr Ostendorf. Haben Sie sich gefreut, als Papst Franziskus seine Enzyklika veröffentlicht hat? Sie fragen mich als überzeugten Protestanten. Ja, ich habe mich trotzdem gefreut, dass die andere Kirche an ihrer Spitze sich so positioniert. Ja, darüber habe ich mich gefreut. Mein Blick ist natürlich sehr stark auf meine Kirche gerichtet. Und da haben wir natürlich auch ähnliche Papiere. Ich glaube, darüber lohnt es zu diskutieren. Das ist natürlich wichtig, dass wir da einsteigen. Wenn wir die Exegese betreiben, denke ich, werden wir etliche Themen gemeinsam besprechen können. Muss man Christ sein eigentlich, um das zu unterschreiben, was jetzt, sagen wir mal, hier in unser tägliches Brot steht oder was in Laudatus Si steht? Oder würden Sie sagen, das ist auch schon etwas weiter? Nein, natürlich ist jeder auch wirklich eingeladen, hier mit zu diskutieren. Ich glaube, das gelingt auch. Ich kann das anekdotisch auch erzählen. Ich bin mit, ja, wie soll man sagen, ich bin mit Moderator eines Gebetsfrühstückskreises im Deutschen Bundestag. Wir treffen uns sehr regelmäßig jeden Freitagmorgen, um diese Dinge zu bereden, über die Kirchengrenzen hinweg. Bei uns heißt es, wer den Talat trägt, gebe ihn bitte an der Garderobe ab. Wir sind ein sehr offener Kreis. So stößt auch ein sehr bekannter Kollege der Linken, der jetzt seine politische Frontkarriere beendet hat, so ein bisschen sich zurückgezogen hat zu uns. Bekannterweise ist Erte ist und er sagt, es ist so erbaulich, mit euch zu diskutieren. Ich finde immer eine Welt ohne Gott ist langweilig. Und von daher, auch da kann man dann, denke ich, wiederum in die inhaltliche Arbeit einsteigen, wenn man solch ein Verständnis hat. Was ist denn da, wenn man diese Dinge liest, was ist für Sie da eine der wichtigsten Gedanken oder Kriterien, nach denen man durchaus auch handeln kann? Das ist ja einiges, was da aufgelistet ist. Ja, ich denke, dass für mich ist das Wichtige, dass wir natürlich Verantwortung übernehmen als Menschen, dass wir im Sinne des guten Hirten, wir wollen es jetzt nicht überhöhen, aber das Verständnis des guten Hirten hier Verantwortung übernehmen für Vorgänge in der Natur. Und darüber müssen wir immer wieder nachdenken, kritisch nachdenken, meinetwegen auch in der Sache hart diskutieren, was das denn bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, erstmal muss man auch immer wieder, gerade im ländlichen Raum, immer wieder diese Verantwortung herstellen und erstmal diese aufrufen, um dann, denke ich, an die Problemlösung heranzukommen, der näher zu treten. Ich denke, dann sind wir auf einem relativ festen Pfad, auf den man sich im Diskurs annähern kann. Dankeschön. Herr Berghäcker, was sind für Sie in diesen vielen Papieren so ganz wichtige Leitgedanken? Was bedeutet für Sie zum Beispiel Nachhaltigkeit? Wir hatten da so ansatzweise drüber gesprochen, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema für Sie, mit dem Sie sich befassen, aber teilweise in überraschend anderer Hinsicht. Ja, Nachhaltigkeit, das ist ja wahrscheinlich ein Begriff, der in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer mehr in den Fokus gekommen ist, der aber in Deutschland, glaube ich, schon ziemlich lange präsent ist. Jetzt gucke ich zu Herrn Bottermann, ich glaube, im Bereich der Forstwirtschaft schon mehrere hundert Jahre, zwei oder dreihundert Jahre, von Karlowitz war das, glaube ich, da tauchten diese Begriffe auf, aber sie wurden nicht immer so auf viele Bereiche ausgedehnt. Und für mich persönlich hat der Begriff Nachhaltigkeit natürlich was mit Generationengerechtigkeit zu tun, mit Blick in die Zukunft, mit vielleicht auch Verantwortungsethik, dass wir gerade in der Politik schauen, dass wir nicht nur handeln, um ein Thema zu lösen, sondern auch die Auswirkungen bedenken. Und das im umfassendsten Sinne. Wenn es irgendwie geht, wir werden immer an Grenzen stoßen, aber wenn es irgendwie geht, dann sollten wir die Themen und Herausforderungen, die uns aktuell beschäftigen, auch in ihren Folgen jetzt lösen können und nicht auf nachfolgende Generationen verschieben. Das ist die Problemlösung. Und das, wenn Sie mich so ansprechen mit Ihrem Nebensatz, natürlich hat auch der Bereich Finanzen für mich etwas damit zu tun, weil wir unterschiedlichste Interessen in allen Bereichen, auf allen staatlichen Ebenen haben. Und Generationengerechtigkeit bedeutet für mich, dass wir versuchen sollten, immer nur das Geld auszugeben, was wir einnehmen und nicht Geld ausgeben und dann schauen, wie kann ich es finanzieren, sondern genau umgekehrt, um dann den Interessenkonflikt, den es ja in vielen, vielen Bereichen gibt, am besten lösen zu können. Das ist nur eine Facette davon. Ich möchte jetzt aber nicht die ganze Zeit alleine darüber diskutieren, wie können wir also umfassend Leben in Würde für viele, viele Personen, nicht nur hier bei uns, uns geht es hier gut, aber in möglichst vielen Regionen der Erde herstellen. Und wie können wir die Interessenkonflikte lösen, die es zweifelsohne gibt. Und da müssen wir ganzheitlich denken, integrativ denken, international denken. Das ist vielleicht eine Umschreibung vom Begriff Nachhaltigkeit. Vielen Dank, Frau Klostermeier. Wenn man unser tägliches Brot liest oder auch eben Laudato si, wir gehen jetzt ökumenisch vor hier, da ist ja ein Gedanke, der ganz oft angesprochen wird, Ökologie und Soziales gehören zusammen. Und Sie selber sagen auch, ethische Fragen und soziale Fragen sind ganz wichtig für mich. Warum hängt das so eng miteinander zusammen, die Ökologie und das Soziale? Also wir können gerne und sehr gut ökumenisch zusammengehen, weil wir da in der Tat, glaube ich, eine große Übereinstimmung haben zwischen Evangelischer und Kartuscher Kirche. Nur mal kurz zurückblickend begann, dieser Prozess, der sich damit beschäftigen, ist ja schon in den 80er Jahren, in starker Weise mit der Nachrüstung. Und da waren eigentlich die Themen alle schon gesetzt. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Da haben Sie alle drei Komponenten schon zusammengefasst damals. Damals war an vorderster Stelle, wir müssen sehen, dass wir die Welt erhalten, in der wir Frieden schaffen. Und zugleich ging mit einher, wir müssen auch soziale Gerechtigkeit schaffen, weil ohne die es keinen Frieden gibt. Und soziale Gerechtigkeit hat dann, und das war der Lernprozess im Grunde in den 90er Jahren, ganz stark auch mit Klimagerechtigkeit zu tun. Und so ist es dann zu diesem großen Prozess gekommen, in dem, glaube ich, alle Kirchen weltweit, würde ich jetzt mal behaupten, involviert sind. Es nennt sich jeweils anders. Und ein Auswuchs davon ist Laudato Si' mit diesem Papst, der finde ich in wirklich wunderbarer Weise, und ich weiß, dass viele evangelische Protestanten da genauso wie Sie auch mitgehen können und sagen, das ist eben auch unsere Sprache, auch poetisch das zusammenfasst und den Begriff des Hauses nimmt und ihn entfaltet. Unser Brot, unser täglich Brot gibt uns heute. Die EKD-Schrift nimmt zeitgleich genau die Gedanken auf. Es geht um einen weltweiten Kontext, um ein Verständnis letztlich einer globalisierten Ethik. Christlich gesehen ist das überhaupt nichts Neues. Das ist fast, würde ich mal sagen, die DNA des christlichen Denkens, weil es immer schon mitgegeben ist im Schöpfungsgedanken. Gott stellte den Menschen einen Garten und gab ihm den Auftrag zu bebauen. Genauso wie in dieser Vorstellung, die wir stark im Alten Testament haben, das Land ist ein Geschenk. Es gehört Gott und es wird dem Menschen geschenkt, anvertraut und damit ist zugleich eine sozialethische Komponente verbunden, nämlich das Land sorgfältig zu bewahren und auch untereinander und miteinander sorgfältig umzugehen. Also christlich gesehen ist das überhaupt nichts Neues. Manchmal ist es vielleicht in Vergessenheit geraten, es ist wieder entdeckt worden und auch wieder gelebt worden, muss man sagen, in vielerlei Gestalt. Dankeschön, Herr Bottermann. Im Zusammenhang mit der Ausstellung haben Sie ein paar sehr interessante Dinge auch publiziert. Unter anderem beschäftigen Sie sich ja mit den planetarischen Leitplanken. Vielleicht können Sie dazu vielleicht nochmal ein paar Kerngedanken sagen, denn ich glaube, das ist auch hochspannend, was dahinter steckt. Ja, wir wissen ja, dass unser Erdsystem, es gibt eben eine wissenschaftliche Ausarbeitung, die versucht zu beschreiben, wie gefährdet oder wie stabil ist unser Planet. Und dann hat man, insbesondere der Schwede Johann Rockström in Verbindung mit Joachim Schellenhuber, dem deutschen Klimaforscher, haben Sie neun Grenzen beschrieben, neun Systeme, Prozesse auf diesem Erdball, die für die Stabilität unseres Klimas, unserer Ernährung, und unserer Lebensbedingungen wichtig sind. Eigentlich, wir leben in einem klimatisch und erdgeschichtlich sehr stabilen Zeitalter, dem eben Holozehn, dass wir an der Stelle wirklich auch die Grundlagen hatten, dass sich unsere Gesellschaft, unsere Menschheit so entwickeln konnte, weil eigentlich die großen Unbilden dieser Welt, dass die Erde untergehen kann oder was auch immer eigentlich dadurch weitgehend ausgeschlossen war. Aber wir haben es als Menschheit geschafft, vier dieser Grenzen doch sehr stark zu belasten. Das ist einmal der Klimawandel, in dem wir sehr viel CO2 und andere Klimagase ausgestoßen haben und dadurch ja Folgen sich Folgen ergeben. Schauen wir mal nach Südamerika zu den Anden, was dort derzeit ist. Es hat zwar schon immer gegeben, dass es Wetterunbilden gab dort, aber sie sind viel extremer geworden, viel extremer und viel weiter ausladender. Das Zweite ist, wo wir großen Schaden angerichtet haben als Menschheit, das ist die biologische Vielfalt. Und biologische Vielfalt bedeutet an der Stelle auch, dass die Population auf dieser Erde nicht mehr die Möglichkeit hat, Fehler leichter auszugleichen und dass damit Nahrungsketten verloren gehen, sowohl bei Tieren und Pflanzen und selbst das kleinste Lebewesen wird für eine Stabilität auf diesem Erdball, der natürlichen Stabilität gebraucht. Die weiteren Felder sind die nicht sachgerechte Nutzung unseres Grund und Bodens. Und Grund und Boden, der nicht mehr für biologische Aktivitäten zur Verfügung steht, sei es für eine landwirtschaftliche Nutzung, Grönland insbesondere und Wälder, sei es aber auch, indem er zugepflastert wird, steht für die natürlichen Aufgaben nicht mehr zur Verfügung. Und weltweit verlieren wir jeden Tag große Mengen an biologisch nutzbarem Boden. Und alleine in Deutschland verlieren wir am Tag rund 75 Hektar. Also jeden Tag ein Bauernhof in Deutschland. Und davon wird die Hälfte ungefähr noch zugepflastert. Und die andere Hälfte bleibt offen. Also da gehen wir nicht sorgsam damit um. Und die vierte Grenze, die ich noch kurz ansprechen will, sind die biogeochemischen Kreisläufe, so heißt es im Fach chinesisch. Aber es geht darum, wir haben mit Stickstoff und Phosphor auf der Welt ein Problem. Wir haben zu viel Stickstoff, der dann in die Gewässer geht und ins Grundwasser. Und damit, Sie kennen alle die Debatten um das Nitrat hier in der Region. Nicht nur in dieser Region, das ist europaweit und weltweit ein Problem. Und wir haben auch ein Problem mit Phosphor. Das heißt Phosphor, der von den Flächen mit Nahrungsmitteln aufgenommen wird, kommt am Ende nicht mehr wieder in ausreichender Zahl auf die Flächen zurück, zumindest nicht auf dem natürlichen Wege. Und beide, sowohl Stickstoff als auch Phosphor, belasten die Weltmeere, weil über die Kläranlagen Wasser wird es in die Flüsse ausgetragen und geht dann in die großen Weltmeere. Und dort passiert was, nämlich die sogenannten Todeszonen. Es gibt dort Regionen in den Meeren, wo eben Pflanzen wachsen durch die Anreicherung von Stickstoff und Phosphor, die eigentlich da gar nicht hingehören, dann so viel Sauerstoff verbrauchen, dass dort bestimmte Regionen in den Meeren, auch in der Ostsee zum Beispiel, das ist gut bekannt, nicht mehr wachsen. Und ich glaube, diese vier Grenzen, die ich jetzt gerade beschrieben haben, sind Arbeitsauftrag für eine deutsche Bundesstiftung Umwelt genug, sich mit diesen Themen ganz konkret zu beschäftigen. Herr Ostendorf, wie machen Sie das denn auf Ihrem Bauernhof? Haben Sie da, verwenden Sie Dünger sparsam oder fällt das bei Ihnen so gut wie gar nicht an? Keine Gülle, kein Mist oder? Also Tierhaltung endet am Ende immer mit Ausscheidung und ist, glaube ich, bei Menschen auch so. Das ist in der Kreatur so gegeben. Natürlich Mist. Für uns ganz wichtig als Düngemittel. Wir müssen umso mehr, umso sorgsamer, umso pfleglicher damit umgehen, weil wir haben nicht ganz viele Möglichkeiten im biologischen Landbau zu düngen. Jedes Pflanzenwachstum, um Ertrag zu bilden, braucht Nährstoffe. Das ist überhaupt nicht streitig. Also man sollte mit dem Irrglauben aufhören, dass biologisch gezogenes Gemüse, Getreide, Grünland nicht Nährstoffversorgung braucht. Natürlich. Aber die Frage ist ja nicht mehr in der konventionellen Landwirtschaft, ist ja die Frage nicht mehr diese, ob es wie viel Nährstoffe es braucht, sondern ist einfach alles im Übermaß zu viel. Und es verlässt eben das, was Pflanze vertragen kann, was Boden noch vertragen kann. Es schädigt eben alles, was dahinter kommt, das Wasser und letztlich dann denjenigen, der das Wasser, diejenigen, die das Wasser konsumieren, die Menschen, die möglicherweise durch zu vieler Nitrat eben durch Umwandlung in Nitrosamine gesundheitlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Und die Verantwortung übertragen wir heute und das müssen wir einfach aushalten als Politik. Dass heute verantwortliche Politik heißt, wir übertragen das im Steuerzahler, das zu regeln. Ist das da, was eben Ungleichgewicht ist? Wir machen, glaube ich, im biologischen Landbau, versuchen wir jedenfalls vor, wie es gehen könnte. Und ich denke, die Welt ist ja auch gegründet in ihrer landwirtschaftlichen Produktion eigentlich auf Prinzipien des biologischen Landbaus. Das Modell, was wir hier fahren, mit überwiegend fahren, mit einem sehr, sehr extremen Einsatz von Nährstoffen über Gülle zum Beispiel oder eben auch hohen Pestizideinsatz. Das ist ja nicht das, was die Welt durchweg bricht. Wie machen Sie das denn jetzt? Wir müssen dieses uns, wir haben erst mal sehr viel weniger Tiere. Und das, was die Tiere uns geben, müssen wir sorgsam auf den Acker bringen, eben dann, wenn die Pflanze wächst. Wir können es uns überhaupt nicht erlauben, den Güllesilvester zu feiern. Heute heißt das ja 16. Januar bei mir in der Region bei gefrorenem Boden. Wir hatten endlich mal Winter, wir hatten endlich mal wieder Frost. Große Mengen Gülle auszubringen. Das ist für den Biobauern undenkbar. Wir düngen dann, wenn die Pflanze wächst. Dann kann sie es gebrauchen, dann braucht sie es. Und wir haben sonst noch zu Verfügung das, was uns die Knöllchenbakterien ermöglichen, durch Anlagerung an den Leguminosen. Eine Pflanzenart, die in der Lage ist, durch Knöllchenbakterien Luftstickstoff in pflanzenverfügbaren Stickstoff umzuwandeln. Ein wunderbarer Effekt. Wir haben ja reichlich Luftstickstoff, eher zu viel, reichlich zu viel. Und von daher eine wunderbare Pflanzeneigenschaft, die wir uns natürlich sehr stark zunutze machen. Ansonsten können wir alles düngen, was in der Natur vorkommt. Keine veränderten Geschichten. Also wenn Kalke, die abgebaut werden, kohlensaure Kalke, können bei uns eingesetzt werden. Natürlich begrenzt, aber solche Dinge dürfen wir einsetzen. Phosphatbedüngung kommt im Grunde gar nicht in Frage. Unsere Böden sind überversorgt mit Phosphat. Wir brauchen in der Landwirtschaft ein Programm, ohne Phosphat auszukommen. Wir haben Versorgungsstufen durchweg in der Landwirtschaft, die extrem hoch sind. Darunter zu kommen wird uns Jahrzehnte beschäftigen. Das würde bedeuten, hier in der Region, dass in großen Teilen dieser Region keine Gülle mehr gefahren werden dürfte. Ich habe mit Ihrem Mitarbeiter im Vorfeld gesprochen und ich habe irgendwo letzte Woche in der FAZ gelesen. Es gibt insgesamt, glaube ich, 200 Milliarden Liter Gülle und Mist, die so Jahr für Jahr anfallen. Das ist also schon eine ganze Menge. Also wenn man das in Waggons packen würde, würde man einmal um die Erde rumkommen. Also ist natürlich sicherlich gar nicht so einfach. Im Augenblick gibt es, es wird jetzt ein bisschen politisch, gleich komme ich nochmal zur Ethikerin und auch nochmal zu Ihnen. Herr Bergheger, Sie verfolgen sicherlich auch so ein bisschen zumindest, auch wenn das nicht Ihr ureigenstes Feld ist, die Frage der Düngeverordnung und schauen, wie ist Ihre Partei da aufgestellt? Also wir versuchen natürlich zeitnah die Vorgaben, die es auf europäischer Ebene gibt, umzusetzen. Da hatten wir auf der europäischen Ebene die Nitratrichtlinie und daraus gab es Schlussfolgerungen. Wir mussten das Düngegesetz anpacken und wir mussten die Düngeverordnung anpacken. Und die Frage ist immer, wie kann man das ordnungsgemäß umsetzen, ohne über Gebühr bürokratische Aufwendungen nachher zu erhöhen? Weil es muss ja ein Kompromiss am Ende dabei rauskommen, um die, wie Herr Ostendorf es vorgetragen hat, Umweltinteressen in dem Sinne zu berücksichtigen und die Umwelt zu schonen, vielleicht sogar zu verbessern die Bedingungen. Aber das Ganze muss ja praxistauglich sein. Denn am Ende müssen wir ja schauen, wir konnten das vorhin in der Ausstellung, wer da war, auch sehen. Wir müssen ja schauen, dass wir unsere Betriebe, unsere kleinen und mittleren Betriebe nicht überfordern, weil jede Bürokratie, jede neue Anforderung muss umgesetzt werden, kostet am Ende Zeit, Aufwand, im Zweifel auch Geld. Und diesen Spagat gilt es hinzukriegen. Und durch diese Abstufung, es ist beides im Bundesrat abgesegnet worden, Düngegesetz und Düngeverordnung, ist aus unserer Sicht, glaube ich, ein tragbarer Kompromiss entstanden, in dem Vorschriften deklariert wurden über Obergrenzen, über Bedarfsermittlungen, über Ausbringungsarten, über Techniken, über zeitliche Befristungen. Das kann Herr Ostendorf im Detail viel genauer beschreiben, ohne aber den Blick aus dem Auge zu verlieren, wie ist es denn in der Praxis umzusetzen. Weil eins möchte ich nicht und eins möchten wir am Ende nicht, dass wir Standards so hoch setzen, dass am Ende zu viele Betriebe schließen müssen, nicht mitmachen können, weil dann, was nützen uns salopp gesagt, die höchsten Kriterien, die wir hier umsetzen, wenn wir aber damit unsere Leistungen nicht erbringen können und Leistungen von außerhalb kriegen, wo wir Standards nicht überwachen und kontrollieren können. Und diesem Kompromiss gilt es, glaube ich, immer auszutarieren. Und das ist auch, glaube ich, ein ständiges Verfahren. Das müsste jetzt der Zwischenstand sein, Umsetzung des Düngepaketes. Man kann immer sagen, aus der ein oder anderen Sicht, es müsste mehr sein oder weniger sein. Aber ich denke immer, es darf nicht entweder oder, sondern sowohl als auch sein. Und hier gilt es, den praktischen Kompromiss mit den Umweltinteressen in Einklang zu bringen. Will ich gleich nochmal zurückfragen. Sind Sie mit dem Kompromiss jetzt zufrieden, so wie es läuft? Das Wesen des Kompromisses ist, dass keine Seite zufrieden ist oder alle ein bisschen. Was anderes gibt es nicht. Dazwischen gibt es keine Meinung. Natürlich muss jede Seite Abstriche machen. Natürlich sind Grünvorstellungen, nennen wir sie mal so, nicht deckungsgleich mit den Vorstellungen der Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU. Das ist natürlich klar, das liegt in der Sache. Wir haben unterschiedliche Zugänge dazu. Nehmen wir diese Region, wir sind hier im Zentrum der tierischen Veredelung, wie es so schön heißt, sprich der vielen Schweineställe, der zu vielen Schweine. Osnabrück grenzt da ran. Oldenburg ist natürlich da noch präsentierter. Ja, wir müssen einfach überlegen, wie gehen wir mit solchen Intensivregionen um, die unglaublich erfolgreich, das will ich hier erstmal sagen, in den letzten Jahrzehnten ihre Landwirtschaft entwickelt haben. Wir befinden uns hier in Regionen, die nicht zu den gesegneten Boden, von der Bodengüte her gesegneten Regionen gehören, die über die Mast von Schweinen sehr viel Wohlstand in die Dörfer gebracht hat, auf die Betriebe gebracht hat. Das ist so. Das war die historische Leistung, die diese Mast, diese intensive Mast gebracht hat. Aber jetzt sind natürlich Grenzen überschritten. Und das ist natürlich unendlich schwer, das wieder auf ein vernünftig verträgliches Maß zu führen. Wenn wir nochmal zurückgehen, ich bin Biobauer. Wir haben 0,6 GV, das ist so eine Rechengröße pro Hektar Tiere bei uns auf dem Betrieb. Wir haben 80 Hektar Betrieb. Das ist also noch nicht mal eine Kuh pro Hektar. Eine Kuh ist eine GV, eine Großvieheinheit. Wir haben in Oldenburg 4,5. In Oldenburg sind wir deutlich über 3. Also das ist die Situation, in der... Das beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist das Grundverständnis von Parlamentariern. Wir hoffen, dass das nach der Bundestagswahl mit den neuen Parlamentarierinnen und Parlamentariern auch so läuft. Wir sind hier natürlich in der besonderen Herausforderung, dass jeder weiß, dass die Tierhaltung jedes vernünftige Maß überschritten hat. Und jetzt natürlich Schafe... Letztlich ist die Begründung dieser scharfen neuen Verordnungen und Gesetze natürlich ein großes Stück da gelegt, wo die intensive Tierhaltung stattfindet. Das trifft natürlich auch, will ich auch sagen, das trifft natürlich in solchen Regionen, wenn wir Regelungen machen, immer, immer möglicherweise auch falsche. Natürlich gibt es auch hier viele Betriebe, die alles ziemlich richtig machen, die genauso dann behandelt werden wie die, die jedes Maß unvernünftigerweise überschritten haben. So ist es. Das hört man ja nun ganz viel im Moment auf den Versammlungen. Warum ich? Ich habe doch immer das und dies gemacht und das war doch eigentlich richtig. Ja, aber so ist das bei solchen Regelungen. Wir haben diese Herausforderung zu meistern. Also dieser Kompromiss, der gefunden wurde, hat sechs Jahre gebraucht. Also sechs Jahre haben wir daran gearbeitet, bis es so weit gekommen ist. Ich sage, wir Grüne haben alles gegeben und ich glaube, wir haben auch den Kollegen der CDU, CSU und Kolleginnen einiges abverlangt. Sie sind, glaube ich, auch noch nicht überall durch. Ich kriege natürlich auch mit, dass Sie sich in den Regionen durchaus schärfer Kritik ausgesetzt sehen. Sie können natürlich immer darauf verweisen, dass Sie Grünen waren, aber das hilft auf Dauer auch nicht. Wir muss ja sagen, es ist jetzt ein Kompromiss, der zwischen allen Seiten gefunden wurde. Ob dieser Kompromiss in Europa Bestand hat, das wissen wir noch gar nicht. Auch das wissen wir nicht. Wir haben ja ein Vertragsverletzungsverfahren laufen, das müssen wir auch sagen. Wir sind nicht die Musterknaben Europas, was wir immer gerne vor uns hertragen. In dieser Frage sind wir es wahrlich nicht. Und wie Europa jetzt reagiert auf den Kompromiss, das haben wir noch nicht. Das Ergebnis müssen wir noch abwarten. Herr Bottermann, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich las letzte Woche in der FAZ, dass es neue Verfahren gibt, um Gülle zu beseitigen. Also erst mal entwässern, also die Wassermoleküle raus und den Staub dann irgendwie so, er sagt schon gerade, viel zu teuer. Da müssten wir gleich noch bei den Finanzpolitiker fragen. Aber Herr Bottermann, was gibt es für Möglichkeiten? Ja, ich glaube, wir haben eine Reihe von technischen Möglichkeiten, das Stickstoffproblem zumindest zu begrenzen. Einerseits haben wir im Stall die Möglichkeit, die Stickstoffemissionen zu reduzieren. Veränderte Stallsysteme, Trennung von Kot und Urin, führt dazu, dass die Luftemissionen bei der Tierhaltung drastisch reduziert werden. Das Zweite ist die Gülleaufbereitung. Auch dort gibt es eine Vielzahl von technischen Möglichkeiten, a natürlich das Wasser rauszuholen, damit man eben nicht nur Wasser in der Gegend rumfährt. Und das Zweite ist, auch die Stickstoffanteile, die in der Gülle sind, kann man durch moderne Verfahren rausholen. Und da wir ja in der Gesamtschau in vielen Teilen Deutschlands kaum Tierhaltung haben, denn die Tierhaltung ist ja unregelmäßig verteilt, wäre es eine gute Möglichkeit, den anfallenden Stickstoff in einigen Regionen transportfähig und transportwürdig zu machen, um ihn dann in solchen Regionen noch auszubringen, die bisher chemisch produzierten Stickstoff dann ausbringen. Diese Möglichkeit ist da. Stickstoff wird in vielen Bereichen auch, und das ist Herr Rostendorf, haben Sie ja gerade nochmal gesagt, wir müssen ja Pflanzen auch ernähren an der Stelle. Und das wird in den Bereichen, wo kaum Tierhaltung ist, im Regelfall mit solchen Stickstoff gemacht, der energieintensiv durch das Haber-Bosch-Verfahren aus dem Luftstickstoff produziert wird. Und dieses könnte man sicherlich drastisch reduzieren, indem man die Gülle aufbereitet, den Stickstoff herausholt, ihn an die Standorte transportiert, an dem er gebraucht wird. Und das wäre sicherlich eine Möglichkeit, um die aus der derzeitigen Kalamität, in der viele Betriebe sind, ein Stück herauszukommen. Finanzierbar? Die Frage ist, wenn es um Finanzierbarkeit geht, da muss man natürlich immer die Relationen betrachten. Und wenn ich derzeit die Umweltprobleme, die ja entstehen, durch das Ausbringen auch von Gülle oder auch das Ausbringen von Dünger an anderen Stellen nicht einrechne, ich lege ja die Kosten dann an die Gesellschaft um und dass ich dann an vielen Stellen das mache, dann ist die Frage, ob das finanzierbar ist oder nicht, eine ganz andere Frage. Und dass wir in der Landwirtschaft derzeit viel mehr Geld hineinbringen müssen, um die Kosten, die tatsächlich entstehen, an der Umwelt aufzuwiegen, ich glaube, das ist auch unstrittig. Es muss am Ende mehr. Es ist ein teurerer Prozess, der sich in den Lebensmittelpreisen nicht annähernd widerspiegelt. Ja, danke schön. Ich will jetzt mal vom Beginn der Nahrungskette sozusagen zum Endverbraucher gehen, zum sogenannten und auch Konsumenten. Allgemein wird ja gesagt, Bio ist immer ein bisschen teurer als normal. Wenn ich am Fleischstand stehe, kostet das Biohuhn ungefähr viermal so viel wie das normale Huhn, sage ich jetzt mal. Und viele sagen ganz einfach auch, ist eigentlich eine soziale Frage. Ja, also Bio ist eigentlich nur was für Wohlhabendere oder für reiche Leute. Meine Frage wäre jetzt sozusagen, kann man eigentlich Leute, Menschen beeinflussen? Kann der Staat jetzt sagen, okay, wir sagen, jetzt wird nur noch Bio produziert oder wir ordnen an, dass eben halt Familien jetzt zum Thema Klima am Wochenende nicht mehr eben mal nach Mallorca fliegen oder nach New York, um da einzukaufen oder so. Ja, kann man das irgendwie anordnen? Die Frage, die dahinter steht, ist schlicht und ergreifend. Wie gehen wir mit dem Konsumenten um? Kann man da Haltungen prägen? Und das ist jetzt eine Frage an Frau Dr. Klostermaier. Sie haben ja vorhin einleitend gesagt, als Theologe seien Sie auch für alles zuständig. Das beziehen Sie jetzt auch auf mich. Also erstens glaube ich schon, dass es natürlich gelingt, Haltungen zu prägen. Und wenn ich einleitend gesagt habe, ich verstehe Schöpfung eben auch als Gabe, ist das schon eine Haltung. Die macht einen Unterschied. Wenn ich begreife, dass sowohl ich selbst als lebender Mensch als auch mein Gegenüber, als auch mein Kontext, in dem ich lebe, Natur etwas ist, das mir nicht gehört und ich so etwas begreife, verändert das mein Handeln. Davon bin ich wirklich sehr überzeugt. Und innerhalb der Kirche, aber auch sonst in unserem Bereich versuchen wir das in Kindertagesstätten, wenn zum Beispiel schon dort probiert wird, Konsumverhalten zu beeinflussen. Dass auch Kinder schon lernen, relativ früh, es geht nicht darum, sich zu verschulden, zum Beispiel. Das ist ja ein Aspekt, der soziale Aspekt, sondern dass man auch Dinge kaufen kann, die Wert haben oder dass es Dinge gibt, die man nicht kaufen muss, die trotzdem Wert haben. Also diesen Zusammenhang deutlich zu machen und ich glaube, da fängt es an und dann hat es vielleicht Auswirkungen auf das Elternhaus. Das sind ja nur Kleinigkeiten. Oder wenn ich weiter davon beschreibe, wie wir jetzt in der evangelischen Kirche haben wir ein Umweltmanagement, wenn wir da versuchen, Friedhöfe so zu gestalten, dass wir Biodiversität tatsächlich auch garantieren können, heißt das, dass wir Menschen bilden, ganz viele Ehrenamtliche, die mit Leidenschaft dabei sind und das natürlich so weitertragen. Das sind alles Kleinigkeiten, aber das sind Veränderungen. Wenn wir in Gemeindehäusern überlegen, woher beziehen wir unsere Lebensmittel, also wenn wir ein großes Essen machen, woher kommt das, dass man so etwas transparent und plausibel macht. Alles nur Kleinigkeiten. Aber ich glaube, dass dieser Weg, den wir vorhaben, aus vielen dieser Kleinigkeiten besteht. Und Reglementierung staatlicherseits, die muss es wahrscheinlich an bestimmten Dingen auch geben. Aber das wird so oder so vermutlich dann wiederum eine Frage der Ökonomie sein. Sie haben es ja eben auch an, was kostet uns, wie viel und wie viel sind wir bereit, es auch kosten zu lassen. Und das ist ein steiniger und mühsamer Weg, da jeweils neuere Prioritäten zu setzen. Also ich fand das schön, wie Sie das gesagt haben. Also auch im Kleinen muss man eine Menge tun. Und ich glaube auch, dass das also sehr, sehr wichtig ist. Also diese kleinen Ansätze, die da sind, fördern. Und vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal eine kritische Masse, sodass man sagt, okay, das ist so toll, das würden sozusagen dann auch mehr verfolgen. Aber im Kleinen fängt es letztlich an. Also auch wenn man sich jetzt mal den Anteil anguckt, wie viele Biobauernhöfe gibt es im Verhältnis zu konventionellen Betrieben ungefähr? Ja, wir sind momentan in einem wahnsinnigen Wachstum. Liegt einfach daran, dass die konventionelle Landwirtschaft in großen Teilen in einer fundamentalen Krise ist. Vor allen Dingen die Milchviehbetriebe, das ist ja bekannt, dass die existenziell heftig bedroht sind. Ich bin 64 Jahre. Ich habe noch nie solch eine Milchkrise erlebt. Es gab schon schwere Zeiten, auch früher. Aber dass wir in einem kurzen Zeitraum von 2014 auf 2016 fast 12 Prozent unserer Milchviehbetriebe verloren haben, unwiederbringlich weg, so schnell war es noch nie. Wir sind jetzt bei im Moment, glaube ich, um die sieben Prozent. Also wir sind sehr, sehr, sehr stark im Wachstum. Wir haben im Moment, kommen die Verbände gar nicht mehr nach, mit den Betrieben aufzunehmen und zu beraten. Das muss ja auch alles aufgebaut werden. Hier müssen Märkte, Marktchancen eröffnet werden, Marktzugänge ermöglicht werden. Das fordert Verbänden, die bisher, sage ich mal, sechs, sieben Prozent verwaltet haben und auf einmal sehr starke Sprünge haben, einiges ab. Auch der Minister der CSU, weiß jemand, wie er heißt, zuständiger Minister. Herr Berkeger erinnert sich, dass der Kollege Schmidt, den immer keiner kennt, sehr beliebt in der Heute-Show. Der Kollege Schmidt sagt ja auch, 20 Prozent ist sein Ziel, biologischer Landbau. Also von daher, das ist unstreitig. 20 Prozent gehen wir mit, hat Frau Künast auch schon mal formuliert in ihrer Zeit. Also da sind wir, was sonst Grüne in der Regel nicht sind, der CSU durchaus nah. 20 Prozent Ziel wollen wir, in die Richtung soll es gehen. Aber man muss auch diese Prozesse steuern. Wenn solch ein Wirtschaftsbereich in kurzer Zeit sich sehr stark verändert, dann fordert das einiges. Das wäre aber dann fast schon mal so etwas wie eine kritische Masse, wo man dann ja auch schon mal ansetzen kann. Trotzdem ist noch mal, also bleibt noch mal die Frage, Biofleisch ist relativ teuer. Wie kann man das mit dem Konsum hinkriegen, dass man auch die Verbraucher stärker ermuntert, auf Produkte zurückzugreifen, die wirklich aus biologischem Anbau kommen, also Biofleisch und so weiter? Also wir haben in keinem anderen Lebensmittelbereich erstmal eine klare Kennzeichnung mit der scharfen Kontrolle, dadurch, dass wir das praktische staatliche Siegel haben. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung gewesen. Auch das ist, glaube ich, heute unstreitig zwischen allen. Damals natürlich bekämpft worden, als Künast das eingeführt hat, aber das ist immer so, dass Opposition dagegen ist. Aber heute ist das, glaube ich, klar, das staatliche Siegel ist die Grundlage. Kein anderer Lebensmittelbereich ist so gekennzeichnet. Was sehen Sie sonst im Laden? Gut Eichen. Gut Eichen gibt es nicht. Das ist ein Fantasiename einer sehr bekannten Fleischfirma, der ein Chef, nee, Fußballpräsident ist. Solche Dinge, das ist Verbrauchertäuschung. Verbraucher kriegt er am Fachwerkhof vorgeführt, im Adland oder was weiß ich, wo er liegt. Und soll glauben, dass das alles super ist. Nein, bei Bio ist das klar. Aber Sie gehen auf die Frage, wie ist das finanzierbar? Ja, wir haben natürlich, erst mal ich als Agrarpolitiker sage, mir geht es erst mal darum, dass Bauern und Bäuerinnen von ihrer Produktion leben können, ihre Familien ernähren können. Das ist konventionell heute, weiß Gott, ganz oft nicht mehr gegeben. Es ist dramatisch. Biologisch ist es momentan möglich. Wir haben Milchpreise konventionell vor kurzem noch um die 20 Cent gehabt. Wir haben biologische Milchpreise um die 50 Cent. Das ist schon ein beträchtlicher Unterschied. Natürlich kann dann die Milch im Laden nicht 40 Cent kosten. Das haben wir ja konventionell. Aber jeder, der für 40 Cent Milch kauft, wenn er ein bisschen nachdenkt, kann sich vorstellen, wenn er irgendwie schon mal einen Bauern und Bauernhof gekannt hat und eine Bäuerin, dass kein Mensch für 20 Cent Milch so eine 40 Cent Milch in den Laden bringen kann. Das weiß man eigentlich. Und von daher ist das nicht ethisch. Wir reden ja auch über Ethik. Das muss man einfach sagen. Das ist nur ruinierend. Und 50 Cent, dann kostet die Milch, kostet immer ungefähr das Doppelte im Laden, was der Bauer, was die Bauernhöfe kriegen, die Bauernfamilien bekommen. Also für einen Euro ist das dann darstellbar. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass ein Liter Milch einen Euro kostet. Sie sollte doch wenigstens so viel kosten wie ein Liter Wasser. Und ich glaube, das ist heute oftmals nicht mehr gegeben. Beim Fleisch, ja, möglicherweise sollten wir, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil Sie vermuten schon, wo das hingeht, Grüne mit ihren ewigen Ernährungsvorschriften und dem erhobenen Zeigefinger, nein, da werde ich nicht hingehen. Das war auch nie mein Ziel. Aber ich bin auf einem kleinen Bauernhof groß geworden, wo es nicht jeden Tag Fleisch gab, weil wir es uns nicht leisten konnten. So, das war bei uns Realität. Meine Großmutter kochte, montags gab es die Reste von sonntags. Hoffentlich waren noch welche da, sonst gab es kein Fleisch. Dann ging es langsam auf den Freitag zu, freitags in einem, ich habe ja kenntlich gemacht, wo ich herkomme, freitags war es undenkbar, dass es Fleisch gab bei uns. So, also wir aßen nicht in der Woche Fleisch. So bin ich nicht groß geworden. Wir haben uns natürlich gewandelt. Natürlich haben wir es als kulturelle Errungenschaft betrachtet, uns jeden Tag das Schnitt so leisten zu können. Okay. Aber brauchen wir es jeden Tag? Darüber muss jeder selbst nachdenken, ob es seiner Gesundheit zuträglich ist. Ich halte es da immer mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist eine staatlich finanzierte Organisation, eine staatliche Organisation, die sagt, 300 Gramm Fleisch pro Woche reicht, ist gut für den Menschen. Ab dann wird es vielleicht ein bisschen bedenklicher. Wir essen aber mehr als das Doppelte in der Woche. Und von daher darf jeder mal darüber nachdenken, ob es so sein sollte. Wenn wir das auf dieses Maß zurückführen, glaube ich, kann jeder auch Bio-Fleisch bezahlen. Danke. Herr Berkeger hat es sich gemeldet. Vielleicht einen Aspekt dazu. Ich bin ja, wie Sie vorhin schon gesagt haben, nicht vom Fach, sondern komme mit einem anderen Blickwinkel. Und deswegen möchte ich das gerne ergänzen, was Herr Ostendorf gesagt hat. Wir stellen ja irgendwas Schizophrenes fest. Bei allen Umfragen sagen wir, Lebensmittel müssen wertiger sein, dürfen auch teurer sein. Aber am Ende entscheidet sich der Konsument an der Theke oder an der Kasse. Und ich glaube, das ist wieder der Dreiklang, den wir haben müssen. Produzenten, Einzelhandel, Konsumenten. Vielleicht nehmen wir die Medien noch mit dazu. Dass wir es schaffen, dass der Respekt, dass die Wertschätzung für hochwertige Lebensmittel, die dann auch teurer sein müssen, weil jeder in dieser Kette möchte ja und zu Recht soll davon profitieren, dass wir das wieder hinbekommen. Weil wenn man das statistisch oder einfach mal von den Zahlen anschaut, wie viel geben wir in Deutschland im Schnitt oder prozentual vom Einkommen für Lebensmittel aus und setzen das mal mit anderen Ländern ins Verhältnis. Ich kenne jetzt nicht jedes Land, aber da würde ich mal sagen, sind wir am unteren Ende. Und wir müssen schauen, wie wir wieder einen höheren Betrag aufgrund der Wertschätzung, aufgrund der Wichtigkeit, vielleicht auch aufgrund der Nachhaltigkeit, aufgrund vieler Aspekte für Lebensmittel ausgeben, dass es uns das eben wert ist. Und nicht, dass wir Geld für andere Sachen, die vielleicht im Moment innen sind, ausgeben. Und vielleicht spielen da, deswegen hatte ich das als vierte Kraft angesprochen, die Medien eine Rolle, die Art der Werbung eine Rolle. Wenn wir über Jahre oder Jahrzehnte eingetrichtert bekommen, verzeihen Sie mir jetzt den Ausdruck, aber Geiz ist geil, in einer anderen Branche, aber es geht ja in dieselbe Denke, dann müssen wir uns nicht wundern, dass am Ende, wie selbstverständlich viele sagen, wenn ich die Auswahl habe zwischen dem Liter Milch, dass ich dann den nehme, der vielleicht nur wenige Cent günstiger ist, aber weil ich es so vorgelebt bekomme. Und das würde ich vielleicht mal mit dem fremden Blick von außen noch dazu beitragen. Sie haben in der Ausstellung hier eine Tafel, wir hatten uns das vorher noch mal angeguckt, da ist auch zu sehen, wie viel an Lebensmitteln weggeworfen wird. Das ist und zwar ein sehr sprechender Vergleich zwischen Afrika, glaube ich, auf der einen Seite und Deutschland beziehungsweise Europa auf der anderen Seite. Was steckt da für eine Haltung hinter? Ja, das ist eine, ich empfinde das als eine, wir leben ja nach dem Vorsorgeprinzip. Jeder glaubt ja im Grunde genommen, dass wenn er ein Lebensmittel verzehrt, was vielleicht nicht mehr ganz so schön aussieht, was abgelaufen ist, mit MHD abgelaufen ist, das kann man nicht mehr verzehren. Und diese Haltung ist natürlich auch den Menschen vorgelegt worden. Wir reden vom Vorsorgeprinzip und das ist ja in den letzten 20 Jahren sehr stark ausgedehnt worden. In der Öffentlichkeit, wie oft haben wir bei irgendwelchen Warenrückrufen oder so etwas, dass dann große Rechargen einfach vernichtet werden und kein Mensch schaut mehr dahin, ist das wirklich gesundheitsgefährdend oder nicht. Und eigentlich war dieses Vorsorgeprinzip mal nur für die Gesundheitsgefährdung des Menschen entwickelt worden. Das ist über die Jahre hinweg ausgedehnt worden und da müssen sich alle Beteiligten, einklöslich Verwaltung und Politik auch mal an die Nase fassen, ob da in der Vergangenheit nicht auch ein Stück überzogen worden ist. Immer dann, wenn was war, wurde es entsorgt. Gucken wir mal die Tierkörper an. Herr Ostendorf, als Landwirt gewissen das vor 20 Jahren, wurden dann auch Tiere, die eine gewisse Krankheit hatten, die aber für die Menschen nicht von Bedeutung waren, wurden weiterhin geschlachtet und sie wurden am Ende vielleicht noch für Tierfutter oder was auch immer verwendet. Aber das geht heute alles am Ende in die Zementfabrik. Das muss man mal genauso sehen. Die Tierkörperteile und auch die Lebensmittel, die entsorgt werden, die gehen heute als Brennstoff in die Zementfabrik. Und das ist eine Art und Weise des Umganges. Und deswegen wehre ich mich so ein bisschen dagegen, das den Verbrauchern immer an den Hals zu hängen. Die gehen nicht sorgsam damit um, sondern die Verbraucher sind nach meiner Wahrnehmung auch in den vergangenen Jahrzehnten, vor den letzten 20 Jahren, falsch konditioniert worden. Das heißt, man hat den Respekt vor den Lebensmitteln verloren, auch deswegen, weil sie letzten Endes im Vergleich zum Einkommen immer billiger geworden sind. Und damit ist die Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln verloren gegangen. Und das war ein Ergebnis einer ausufernden Vorsorgepolitik, die, glaube ich, vom Ergebnis her nicht unbedingt gerechtfertigt ist. Wo wir gerade über Verbrennen sprechen. Was halten Sie von Biogas? Also natürlich aus ethischer Sicht. Wie würden Sie denn, denn das ist ja wirklich so ein Punkt, der, ja, also ich lebe im Emsland, da gibt es viele Biogasanlagen und jede Menge Mais. 70 Prozent der Ackerfläche ist mit Mais bedeckt. Ich habe vor einem Jahr einen landwirtschaftlichen Betrieb besucht und mir das sehr ausführlich erklären lassen. Wir haben da vorgestanden und Milch getrunken, die gerade frisch gemolkene. Und ja, und erst mal war ich sehr angetan und begeistert dafür, dass es ja auch auf der einen Seite eine Form ist, in gewisser Weise ökologisch zu arbeiten. Und auf der anderen Seite, das war dann, wurde auch gleich thematisiert. Das war dann ein sehr strittiges Gespräch, auch natürlich Konsequenzen hat, die wiederum nicht ökologisch nachhaltig vertretbar sind. Wenn Sie das so ansprechen und mich danach fragen, machen Sie mich darauf aufmerksam, dass wir uns immer, im Moment leider, an vielen Stellen immerzu in einer völlig disparaten Situation wiederfinden, die immer konfliktuös ist, weil wir nicht wissen, was ist das Richtige. Es gibt sowohl Vor- und Nachteile und sehr konkret als Kirchen vor Ort, das höre ich oft von den Pastoren, Pastorinnen, wenn ich sie besuche, sind sie sehr häufig dabei, an runden Tischen das auch mit Landwirten zu moderieren, weil sie genau in dieser Konflikthaltung natürlich auch im Dorf gegenüberstehen. Und da haben wir die ganze Bandbreite da, ökologisch, ökonomisch und sozial, was Landwärtsfamilien erzählen, wie es ihnen geht und was die eigene Zukunft betrifft, ist ja sehr, sehr disparat auch. Da haben wir Mobbing auf der einen Seite und auch überzeugte Jugendliche, die sagen, also es ist mir wichtig und ich liebe Landwirtschaft und ich will es weitermachen, aber es wird zugleich die ganze Bandbreite aufgemacht. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dieser Zwiespalt, diese Interessenkonflikte, ist ein ganz wichtiges Thema. Ich würde Sie noch mal fragen wollen, Herr Berkeger, Sie waren lange Jahre Bürgermeister, hauptamtlicher Bürgermeister und Sie haben mir gesagt, das Wichtigste bei vielen Maßnahmen sei gewesen, die Menschen mitzunehmen. So, und ein so ein Aspekt ist ja Partizipation, demokratische Verantwortung, Menschen mitnehmen, Menschen ernst nehmen. Wie haben Sie das konkret gemacht? Denn, also, ein Bürgermeister ist ja nicht immer everybody's darling, der muss dann Entscheidungen treffen und ja, und trotzdem ist es Ihnen ja offensichtlich gelungen, die eine oder andere Maßnahme dann umzusetzen, via runden Tisch oder wie auch immer. Also, als die Idee aufkam oder die Bewegung aufkam, Biogasanlagen vermehrt zu bauen, da war das natürlich was Neues. Das war unter dem Stichwort Nachhaltigkeit, regenerativ, umweltschonend, natürlich sehr innovativ, neu und auch staatlich bezuschusst. Wir haben dann die Erfahrung gemacht, gerade in Melle gab es in den ersten Jahren sehr, sehr viele Biogasanlagen, bis die Leute dann feststellten, dass es eben auch Kehrwirkungen oder Kehrseiten hat. Sie haben die Vermeisung angesprochen. Das kriegt man in den Griff, indem man sich überlegt, was für andere Stoffe kann man dieser Anlage denn zuführen. Dann führte das aber dazu, dass die Leute, die mit den Biogasanlagen Geld verdient haben, Pachtpreise faktisch bestimmt haben, weil die die Fläche haben und verpachtet oder veräußert haben, natürlich auch an der Kasse gucken, salopp gesagt. Dann führte das dazu, dass wir diese Monokulturen hatten. Was war plötzlich mit der Tierwelt los? Es gab plötzlich eine andere Stimmung. Und dann mussten wir immer schauen, im deutschen Recht ist das so, wer einen Bauantrag stellt, hat einen Anspruch auf Genehmigung, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Aber trotzdem sind ja faktisch Widerstände, Ängste, Sorgen da. Und da muss man, glaube ich, jenseits dessen, was man rechtlich zu tun hat, schauen, wie kann man möglichst große Akzeptanz, das gilt aber für jedwede Entwicklung, größtmögliche Akzeptanz bekommen. Und da haben wir natürlich viele, viele Gespräche geführt, haben Anrainer eingeladen bei Biogasanlagen, haben die Betreiber gebeten, ladet unmittelbar angrenzende Anwohner etc. ein. Wir haben große Veranstaltungen durchgeführt, immer wieder, um die Vor- und Nachteile abzuwägen. Wir haben aber auch teilweise es geschafft, wie kann ich es allgemein beschreiben, ohne Namen zu nennen, von dem Vorhaben, als es halt zu sehr sich entwickelte, der Errichtung einer Biogasanlage abzusehen, indem wir Alternativen aufgebaut haben. Wir kamen zum Beispiel dann dazu, dass eine Alternative in Anbauverbotszonen auch eine Solaranlage sein konnte. Und dann haben wir eben mit den zuständigen Behörden zusammen gesagt, lasst uns das doch mal durchrechnen. Haben so das wirtschaftliche Interesse nachvollziehbar eines Interessenten berücksichtigen können, sind aber auf die Ängste und Sorgen der allgemeinen Entwicklung eingegangen und haben so individuell nach einer Problemlösung gesucht, wo alle wieder im Wege eines Kompromisses mitleben können. Weil wir ehrlicherweise, das stellen wir ja jetzt, stelle ich fest, auf der Bundesebene sehen müssen, wenn wir neue Technologien haben, dann sollen sie angeschoben werden. Sie sollen finanziell unterstützt werden. Aber Förderungen sollen nicht dafür sein, dauerhaft etwas zu machen. Es muss sich einpendeln, es muss sich nachher selbst tragen. Und auf der kommunalen Ebene habe ich eben die praktische Auswirkungen gesehen. Und wir haben versucht, Anschub zu unterstützen, aber nicht auf Biegen und Brechen, sondern immer wieder den Kompromiss für die gesamte Gesellschaft und Bevölkerung zu finden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da wir jetzt gerade beim Thema Partizipation sind, möchte ich Sie jetzt sozusagen partizipieren lassen an unserem Gespräch und Sie herzlich einladen, Fragen zu stellen. Sagen Sie vielleicht ganz kurz, wer Sie sind. Mein Name ist Dieter Hübner, ich bin privat hier, bin aber beruflich damit früher beschäftigt gewesen. Das einzige Aussage kommt von Herrn Ostendorf, was er gesagt hat, weniger Tiere. Und mir fehlt dieser Begriff Massentierhaltung hier. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier mit rein muss. Und das ist auch der Anfang des Übels, denn wir haben einen Schutz für Luft, Wasser und Boden. Und der wird meines Erachtens durchbrochen durch eben diese Massentierhaltung. Und Sie, Herr Berghaier, hatten vorhin gesagt, man muss die kleinere Betriebe etwas schützen. Ich komme aus einem und bin lange Zeit in einem Dorf in der Nürburheide gewesen. Zugegeben etwas magere Bösen. Da sind von 32 Höfen noch einer. Es gibt gar keine oder kaum noch kleinere Höfe. Jetzt zu der Situation selber. Ich komme jetzt aus einem Dorf, da ist ein Bioladen mit ungefähr 40 Hektar und allerdings auch einige Einkaufszentren. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, am Samstag durchzurechnen, wie viel Prozent im Bioladen kaufen. Das waren unter 0,5 Prozent. Rein massenmäßig. Das zur Akzeptanz, was Sie gerade sagten, Frau Klosmeier, die Bürger umzustimmen. Ich glaube nicht, dass eine Umstimmung in größeren Maßnahmen ohne Geld, ich sage bewusst Geld, möglich ist. Ich hoffe, dass Herr Ossendorf als Mitglied des Bundestages richtig Druck dafür macht, dass man von der Massentierhaltung etwas abweicht. Und Herrn Bergheger hoffe ich auch, dass er im Zweifelsfalle sich für Ökologie und nicht für Ökonomie entscheidet. Und das ist also meine Perspektive, dass man endlich zu dem Ergebnis kommt, Subventionen, die sollen bleiben, aber für die mittleren und kleineren Betriebe und nicht für die Agrarindustrie. Da haben Sie natürlich jetzt gleich schon wieder noch ganz andere Probleme angesprochen. Sie sprechen Herrn Ossendorf und Herrn Bergheger direkt an. Möchten Sie das kurz kommentieren? Ja, es war ja keine konkrete Frage. Sie haben natürlich, ja, das ist das Problem. Wir haben Regionen und Osnabrück grenzt an dieser Region, wo wir drüber nachdenken müssen, aus vielerlei Gründen, wie wir die Tierhaltungsmasse zurückführen. Ob man das nun, wie man das nun bezeichnet, das ist mir relativ egal. Ich gebrauche das Wort ungern, was Sie gerade gesagt haben, aber es ist auch egal, weil ich glaube, die Menschen verstehen, worum es geht. Man sollte sich nicht bei Worten zu lange aufhalten, aber da ich hauptsächlich oder sehr stark Versammlungen mit Bauern und Bäuerinnen mache, führt das oftmals sofort zu einer geschlossenen Reaktion, dass die Diskussion sehr stark endet. Und ich will diskutieren und von daher habe ich mir abgewöhnt, dieses Wort zu gebrauchen. Ich spreche dann immer gerne von Intensivtierhaltungen, aber es bleibt ja dabei. Wir müssen darüber, wir müssen da hinkommen und das führt natürlich jetzt die Düngeverordnung. Wir haben noch vielfältige andere Probleme. Die Phosphatfrage ist noch gar nicht gelöst. Wir haben Luftstickstoff zu regeln, das ist die sogenannte NEC-Richtlinie, alles so Fachbegriffe. Da sind wir überhaupt noch nicht angefangen an der Frage. Wir haben TH Luft zu novellieren. Alles das führt dazu, dass wir immer wieder dahin kommen, dass wir Tierhaltungsanlagen haben, die zu groß sind, zu engmaschig, zu räumlich, zu klein, also den Raum zu sehr überfordern. Und wir, wie auch immer, entflechten müssen. Ich sage mal, wir sind ja heute hier relativ geschützt. Herr Berghäger muss ja auch aufpassen, was er hier sagt. Das ist so. Wir können miteinander, glaube ich, wenn man solche Kompromisse macht, kann man miteinander darüber reden. Mein Kollege, der das auf der CDU-Seite betreibt, ist nicht so weit von hier ansässig. Mit dem kann man, wenn die Türen geschlossen sind, sehr gut darüber reden, wie kommen wir dahin, dass wir Tierhaltung in diesen Räumen zurückfahren. Darüber müssen wir darüber reden. Das ist natürlich für, da denkt natürlich sofort die Bauernfamilie, jetzt wollen sie mir meinen Existenz rauben. Nein, man darf nicht damit spielen. Das ist berechtigt. Man muss sehr sorgsam damit umgehen, aber wir müssen natürlich im Ganzen sehen, dass es große Probleme gibt. Und die werden im Ganzen nur zu lösen sein, in dem die Masse zurückgeführt wird. Das wird so sein. Das ist eine große Aufgabe, die nach wie vor, auch mit der Düngeverordnung, das ist ein erster Schritt, wir sind noch lange nicht durch. Herr Berger, möchten Sie auch noch kurz was dazu sagen? Ja, ein allgemeines Statement. Ich respektiere das natürlich. Und ich kenne die Lüneburger Heide im Detail, wo Sie es gerade beschrieben haben, natürlich nicht. Aber es kann ja nicht der Schluss oder die Schlussfolgerung sein, dass wir nur noch Großviehbetriebe haben, sondern hier in der Region ist es noch anders. Wo setzt Massentierhaltung beispielsweise bei den Rindviechern an, wenn sie 100 Kühe haben oder nicht? 50, 200, 500? Ich verwende den Begriff auch nicht, weil er nirgendwo gesetzlich definiert ist. Ich weiß, was die Bevölkerung zum Teil meint, aber wenn, dann müssen wir uns ja überlegen, wo fängt das wirklich an und worum geht es? Und ich meine wirklich vom Ende her, es gibt genügend, so wie Sie es wahrscheinlich auch meinen, kleine und mittlere Betriebe, die wir unterstützen müssen. Und nicht, dass Kinder mit dem Bade ausschütten und bürokratisch oder durch neue Vorschriften so viel Hürden aufsetzen, dass eben neben dem Wettbewerbsdruck diese noch bestehenden Betriebe auch noch zumachen müssen. Wir können in letzter Zeit sehen, wie viel, Herr Ostenhoff hat das angesprochen, wie viel Betriebe zugemacht haben. Und das ist am Ende immer ein Kompromiss. Und er ist nicht entweder oder, wie Sie es gerade beschrieben haben, Ökonomie oder Ökologie. Er ist zwischen Ökonomie, Ökologie und dem Sozialen zu suchen. Und dafür werde ich mich einsetzen, weil ich sage nie, entweder oder, sondern sowohl als auch. Und diesen Spack hinbekommen. Und das denke ich, sind wir auch den vielen bäuerlichen Familien mit ihren Kindern und nachfolgenden Generationen schuldig, weil die nämlich genau in der Phase sind und jetzt sagen, wo haben wir denn Planungssicherheit? Wir wollen gerne einen Betrieb weiterführen. Und da müssen wir schauen und da werde ich mich auch für einsetzen, dass wir das ermöglichen und so viel Planungssicherheit wie möglich bekommen, ohne den Umweltgesichtspunkt außer Acht zu lassen, Nein, den müssen wir auch erhöhen. Aber immer sowohl als auch, nicht entweder oder. Dankeschön. Ja, Annette Niermann, auch Bürgermeisterin der Stadtbad Ibrich. Ich habe eine Frage zum Thema Milchwirtschaft. Also ich habe das in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder verfolgt. Ich habe nicht verstanden, was die Landwirte dazu geführt hat, zu sagen, wir heben die Quote auf, damit noch mehr Milch produziert wird, damit am Ende die Milch noch günstiger wird, wenn wir doch sehen, dass wenn Milch als Bio-Ware produziert wird, dass der Landwirt am Ende doch wesentlich mehr Geld dafür erhält. Und wieso ist da nicht mehr Solidarität, auch von Seiten der Konventionellen gegenüber den Biolandwirten, dass die doch mal einsehen, Mensch, wenn wir Qualität produzieren, dann haben wir auch mehr Geld am Ende in der Tasche. Das ist etwas, was ich bei dieser ganzen Milchquotendiskussion überhaupt nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, wo die Milch bleibt und für wen sie produziert wird, außer teilweise wirklich, dass sie weggeschüttet wird. Herr Bottermann hatte sich gemeldet und dann sind Sie natürlich dran. Nach meiner Einschätzung liegt das an der Weltmarktorientierung, die vor 10, 15 Jahren, gerade auch für die deutsche Landwirtschaft, ja verabredet worden ist, Ausrichtung. Und die Milchquotenaufhebung war, Ziel war und haben die landwirtschaftlichen Organisationen gefordert, damit dort der Markt entsprechend einsetzen konnte. Dass am Ende dann, je nachdem die Milchquote, gegen Ende der Milchquotenbindung, haben viele Betriebe aufgestockt, weil sie am Markt eine direkte Chance haben wollten, um auch mit der entsprechenden Menge dann an einem zu erwarten, damals hat man das erwartet, dass der Milchpreis dann steigen würde und dass man gute Erträge erzielen könnte. Das hat sich genau nicht bewahrheitet. Und das liegt auch damit daran, dass die Exportorientierung der Nahrungsmittelproduktion auch am Ölpreis hängt. Wenn man mal genau die Kurven anschaut, dann sieht man an der Stelle, dass dann, wenn die Ölpreise runtergehen, die Märkte für Lebensmittel in anderen Teilen dieser Welt schlechter werden. Die Märkte sind, das Geld ist nicht mehr dafür da, teure Lebensmittel aus Europa beispielsweise zu kaufen. Und da gibt es eine wunderbare Statistik, die das auch belegt, dass man genau am Ölpreis sehen kann, wie sich unsere Nahrungsmittelpreise, sprich auch Milchpreise, Magermilchpreise, Magermilchpulverpreise dann entwickeln. Und dieses Thema ist sozusagen systemimmanent, wenn man sich am Weltmarkt orientiert, wird es da sein. Und die Folgen sind vielleicht in der Gänze damals nicht beachtet worden, wenn man die Milchquote aufgelöst hat. Es gibt natürlich viele Antworten auf diese Frage. Aber Frau Niermann, Sie haben natürlich völlig recht, das Ergebnis, was die Milchquotenaufhebung gebracht hat, ist desaströs. Das war bei denjenigen, die es propagierten, die aufzugeben, damit wir endlich Gas geben können, zugestanden. Wir sind hier in der Lage, sehr gut, wir können sehr gut Milch erzeugen. Wir sind eine Gunstregion, um Milch zu erzeugen. Ganz klar, weiß auch jeder, der sich hier auffällt, das geht in den deutschen Landen sehr, sehr gut. Gerade auch in unseren benachteiligten Regionen. Was sollen die Bauern sonst machen, die Bauernfamilien als Milch erzeugen? Wir haben ja solche Standorte und die können das auch sehr gut. Und sie sind fachlich gut. Aber Sie haben natürlich Jahre gehört, jetzt Quote wird aufgegeben, jetzt gilt dem tüchtigen Unternehmer, der hat jetzt richtig Platz, der kann jetzt richtig Gas geben. Ist ja auch passiert. Überall drehten sich die Kräne. Wo 40, 50 Kühe waren, waren noch einmal 300, wenn man das nächste Mal wiederkam. Das ist ja mit einer Wehemenz, betrieben worden. Ja, wenn man das betrachtete, ja, ich habe nun den Ruf, dass ich da der Warner war, der Mahner und wurde ja dann auch immer heftig kritisiert von meinen Kollegen der anderen Fraktion als ewiger schwarzmalender Pessimist. Nein, leider habe ich recht behalten. Ich wollte gar nicht recht behalten, ich habe gewarnt. Ich habe immer gesagt, Leute, die Landwirtschaft, die Milcherzeugung ist eben nicht auf dem Markt vorbereitet. Es heißt, der freie Unternehmer. Wo ist denn dieser Milchunternehmer frei? Er liefert Milch oder sie liefert Milch ab an eine Molkerei. Die es hier tun, die wissen, das ist die allerschlechteste überhaupt, die es hier gibt. So, aber ich will jetzt keine Namen nennen, sonst stehe ich morgen ja mit, muss ich mich morgen dafür verantworten. Aber das weiß auch jeder. Hier in der Region, die beherrschende Molkerei ist im Auszahlungspreis die allerschlechteste und sie haben ihre Milch, geben sie dort ab. Sie sind überhaupt kein Marktakteur und kriegen dann irgendwas, was, wenn die Molkerei ihre Kosten runter hat, ihre 12, 13 Cent, die sie braucht, dann kriegen sie den Rest ausgezahlt. Und das ist dann doch klar. Wenn der Ertrag 40 Cent ist für ein Liter Milch im Laden, 13 Cent runter, dann weißt du, was am Ende dabei übrig bleibt. Und das ist also, wie gesagt, das Bundeskartellamt hat ja eine Untersuchung gemacht. Der Leiter des Bundeskartellamts ist kein Grüner, ist ein FDP-Kollege, Herr Mund. Herr Mund hat gesagt, das einzige Geschäft, was mir je begegnet ist, ohne jegliches Risiko, ist das Milchgeschäft für die Molkereien. Die ziehen einfach ihre Kosten runter und den Rest zahlen sie aus. Ganz einfach. Es gibt überhaupt keinen Markt, wenn über Milchmarkt geredet wird. Dann hat man das Märchen erzählt, der Weltmarkt wartet auf unsere Produkte. Ja, unsere Molkereien machen gute Produkte. Aber was nimmt der Weltmarkt auf? Das ist der chinesische Markt, der Weltmarkt. Der chinesische Markt kauft Magermilchpulver, kauft Vollmilchpulver und kauft keinen Käse und kauft keinen Joghurt. Das, was wir super gut können, das kauft er nicht und wo Wertschöpfung ist. Von daher konnte das nur krachend gegen die Wand gehen. Und das ist leider so eingetreten. Ausgebadet haben es die vielen Betriebe, die auch viele aufhören mussten. Es gibt manche, ich sehe ja auch viele Betriebe, morgen bin ich wieder auf einem, die sagen, naja, gut, dass sie noch aufhören konnten. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich habe so viele Schulden, mich lässt keine Bank mehr aufhören. Das fällt dann letztlich irgendwann wieder in den kirchlichen Bereich zurück, den Menschen noch eine Hoffnung zu geben. Ich sage das, mein Patenjunge wurde konfirmiert. Es war grauenhaft für mich, meinen Freund und seine Familie zu erleben. Wir waren, er schaffte es, weil er morgens um halb vier in den Stall gegangen war, schaffte er es mit, in die Kirche zu gehen. Das Mittagessen hat er auch noch geschafft und dann musste er wieder in den Stall. Ich habe noch schön mit Kaffee getrunken. Na gut, als Politiker kannst du dir das leisten. Jeden Tag, sagt er, jeden Tag, wenn ich das noch fünf Jahre mache, bin ich im Grab. So, das ist die Situation, auf den Betrieben, die weitermachen müssen, die gar nicht mehr aufhören können. Also es ist trauenhaft, es ist dramatisch. Wir müssen diesen Betrieben helfen, dass sie wieder Grund unter den Füßen kriegen, dass sie auch wieder ein menschliches Leben haben und wieder Anteil nehmen an dem, was gesellschaftlich heute unsere Erwartung ist. Die Äußerungen, mein Name ist Gerd Kuttmann, ich war auch lange Zeit im landwirtschaftlichen Bereich in Bonn tätig. Die Äußerungen zur Biogas-Problematik haben mich noch nicht ganz befriedigt, denn die Biogas-Ose ist ja entstanden mit dem EEG unter insbesondere grüner Mitwirkung und die Krux dabei ist, dass die damals zugesagten und auch heute noch zugesagten Förderungen in die Einspeisevergütung ja über Jahrzehnte laufen. Ich glaube nicht ganz an die Feinsteuerung der Politik, denn das Einergebnis des EEG und der Biogas-Hoos ist, insbesondere im Emsland, ich bin geboren in Meppen, ist nämlich, dass die Möglichkeiten, die mit dem Biogas entstandene Abwärme zu nutzen, nur gegeben ist, wenn sie Ställe bauen. Und deshalb sind Ställe und Ställe und Ställe gebaut worden im Emsland, die letzten Endes mit der Hähnchenmast jetzt zusammenhängen. Und die Hähnchenmast ist eine die industrielle Tiererzeugung, die wir überhaupt kennen. Und das Problem ist, wir können in den nächsten Jahren nicht davon runter. Und ich habe mal hochgerechnet, etwa 150 Millionen Hähnchen allein im Emsland. Ja, wo gehen wir damit hin? Wir gehen mit den Edelteilen vielleicht noch in den Markt, aber mit den Abfällen gehen wir nach Afrika und zerstören dort Lebensgrundlagen. Ich glaube, dass wir die Feinsteuerung von Politik viel besser beachten müssen und die Technikfolgenabwägung. Und ein Punkt ist, den möchte ich hier auch nochmal ganz deutlich machen, was ist denn das Ergebnis der industriellen Landwirtschaft im Bereich der Geflügelhaltung? Das Ergebnis ist, dass wir im letzten Jahr eine desaströse Tierseuchensituation bekommen haben. Wir haben Millionen von Tieren geschlachtet, vernichtet, die zum Teil direkt vor der Vermarktung standen. Wir haben kleine Küken vermarktet oder Putenküken, die nicht nach England exportiert können wegen unserer Tierseuchensituation. Die haben über Milieu, über 600.000 sind glaube ich geschlachtet worden oder getötet worden. Das sind die Technikfolgen, die wir nicht beobachten. Und letzten Endes hängt es auch damit zusammen, dass wir eine sogenannte Nicht-Impfpolitik betrieben haben. Weshalb machen wir Nicht-Impfpolitik? Weil wir in Drittländer exportieren wollen. Weil sonst die Drittländer uns die Tiere nicht abnehmen, weil wir nicht zwischen dem Impfvirus und dem pathogenen Virus unterscheiden können. Das sind Folgen, die wir letzten Endes stärker noch beobachten können. Und ich halte es für absolut wichtig, dass wir in dieser Situation im Bereich der tierischen Produktion auch die Frage der Tötungspolitik und der Kräulungspolitik auf die Agenda setzen. Denn wir haben mit anderen Tierseuchen möglicherweise Probleme. Wir wissen nicht, wie das ist mit der afrikanischen Schweinepest, die wir ja mittlerweile in Polen schon haben. Die Letzten uns daran hindern, in die Drittmärkte reinzugehen. Die Russen begründen damit ihre Blockadepolitik. Also ich denke, wir müssen viel mehr darauf achten, wie stark wir letzten Endes mit unseren Maßnahmen in Abfolgen eingreifen. Dankeschön. Ganz kurz noch eine Anmerkung von der Regie. Also Sie müssen, wenn Sie natürlich noch einen zweiten oder dritten Termin heute Abend haben, dann ist das natürlich die eine Sache. Aber wenn Sie sich noch ein bisschen mit Flüssigem stärken möchten, das gibt es gleich. Also sagen wir mal so, in einer Viertelstunde bekommen Sie auch was Leckeres zu trinken. Hat mir gerade Herr Dr. Bottermann gesagt. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, das war jetzt ein Statement. Ich habe eine Bitte, wenn Sie Fragen haben, die relativ kurz und knackig zu stellen, damit hier vorne noch auch ein bisschen Gespräch laufen kann. Ihre Beiträge, hohes fachliches Niveau, ist klasse. Ich habe heute Abend unheimlich viel gelernt. Also das ist Fortbildung auf höchstem Niveau hier in dem Bereich. Vielen Dank. Aber vielleicht kurz die Fragen stellen einfach und dann vielleicht auch sagen, an wem. Danke. Ich würde jetzt noch zwei weitere Fragen einfach nehmen und dann... Ja, Johannes Melter. Meine Frage geht an Frau Dr. Klostermayer. Die Kirchen verfügen ja über beide Kirchen oder alle Kirchen über relativ viele Flächen, die überwiegend landwirtschaftlich genutzt werden, zum Teil sehr konventionell genutzt werden. Meine Frage, sehen Sie da Möglichkeiten, dass auf diesen Flächen auch etwas hinsichtlich Nachhaltigkeit passiert? Dankeschön. Einige, ja. Christoph Schnare, Pastor an einem ländlichen Kontext in Bissendorf. Ich möchte gerne noch einmal anschließen an das, was Herr Ostendorf gesagt hat. Ich bin dort in der Gemeinde seit über 20 Jahren und ich kann das nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Die ständige Intensivierung der Landwirtschaft, was das mit den Landwirtsfamilien gemacht hat in dieser Zeit. Als ich vor 20 Jahren da begonnen habe, hatten wir noch bestimmt 20 Familien, die in der Landwirtschaft arbeiteten, von der Landwirtschaft lebten. Inzwischen sind es noch vielleicht vier, fünf, die keinen Nachwuchs finden, weil die eigenen Kinder sehen, was diese Art von Landwirtschaft mit dem eigenen Vater macht und abgelöst werden durch Beteiligungsgesellschaften, die natürlich ein ganz anderes Verhältnis haben zu dem Land. Da verändert sich auch im Bewusstsein natürlich dadurch ganz viel. Was meines Erachtens fehlt, ist tatsächlich eine Wertedebatte. In den 60er Jahren haben wir noch ungefähr 40 Prozent ausgegeben für Ernährung. Heute liegt das unter 10 Prozent. Diese Wertedebatte muss sicherlich von allen beteiligten Akteuren geführt werden. Wir versuchen das vor Ort auch als Kirche anzustoßen. Das fängt an, wie Frau Dr. Kloster mal gesagt hat, im Kindergarten geht natürlich weiter. Zum Beispiel bis hin zum Erntedank-Gottesdienst, an dem wir unsere Landwirte beteiligen, die das auch nutzen können als Forum, ihre Sicht der Dinge dort darzustellen. Meine Frage kurz und knackig ist, ja, der Hintergrund ist schon wichtig. Die Politik muss doch ein Angebot machen. Wie soll die Brücke aussehen, über die auch die Vielzahl der konventionellen Betriebe, die wir ja nach wie vor haben, gehen kann in Richtung zu einer Extensivierung der Landwirtschaft, um wieder leben zu können als Landwirt, auch als Familienbetrieb, ein menschenwürdiges Leben führen zu können, aber auch sozusagen die Natur intakt zu halten. Vom Handel werden wir das sicherlich nicht erwarten können. Also was hat die, welche Fantasien hat die Politik da, wie soll das gehen? Okay, Dankeschön. Ich würde sagen, Frau Dr. Klostermeier, ja, machen Sie noch, das machen wir in der nächsten Runde. Ich wollte zu sprechen kommen auf Sie, Herr Ostendorf. Ich war ein bisschen verwundert darüber, dass Sie, bitte, also Wolfgang Seifert, wenn wir mal hin, nicht, Wolfgang Seifert heißen, ich bin tätig an der Hochschule Osnabrück. Herr Ostendorf, Sie haben das Ziel 20% Ökobetriebe genannt, das Ziel kenne ich, das ist zunächst mal von heute aus anspruchsvoll. Ich halte es auf Dauer für ungenügend, nach allem, was Sie geschildert haben. Sie schildern, dass nicht ökologischer Landbau eine dauerhafte Verschlechterung der Böden bringt. Wir haben gerade massenhaft Belege dafür gehört, dass der nicht ökologische, der konventionelle Landbau, zumal ein Armutsgenerator erst Dranges ist, er verarmt die Böden, er verarmt die Landwehr, er verarmt die Artenvielfalt und er verarmt zum Beispiel auch die Bauern. Und dann haben wir das Problem gehabt, dass wir im Augenblick deswegen die ökologische Landwirtschaft vielleicht nicht zu hoch kriegen können, weil die Preise zu hoch sind. Da war also viermal so viel das Fleisch. Gut, das kann man ein bisschen in den Griff kriegen, wenn wir nur die Hälfte essen. Dann ist es immer noch doppelt so teuer, wenn wir die Fleischversorgung auf Bio machen. Und dann kommt wieder das übliche Denken. Ich meine, mir ist heute viel zu kurz gekommen, auf Basis ethischer Prinzipien. Das wesentliche ethische Prinzip, nach dem bei uns gewirtschaftet wird, Profitprinzip. Und das heißt auch das Kostensparprinzip, das zum Beispiel auch die Konsumenten machen. Die wollen ihren Konsum maximieren und dann tritt sofort die Frage auf, kann ich mir das leisten? Natürlich könnten sie sich das leisten. Ich kenne Helden, die leben von 500 Euro im Monat und ernähren sich biologisch. Aber die steigen dann eben aus dem Konsumismus aus. Die steigen auch aus, sagen wir mal, dieser ganzen Kostendenke aus. Die leben dann nicht mehr Profitmaximieren und nicht mehr nach dem Preismechanismus. Und ich finde, da muss viel mehr getan werden. Und wir müssen das Ziel kriegen, mehr als 20 Prozent deutlich mehr, denn das heißt, dass 80 Prozent konventionell sind. Das ist kein dauerhaftes nachhaltiges Ziel. Da ist jetzt eine Forderung. Wir müssen also die Arbeit bekämpfen. Und wie geht das? Wie können wir dafür sorgen? Da denke ich auch an Subventionen oder an Einkommens-Transfers. Da muss was in der Richtung passieren, dass Leute sich einfach mehr Bio-Lebens-Bilden leisten können. Die müssen entweder billiger werden, runter subventioniert werden oder die Leute müssen zum Beispiel auch verkürzen, die Wertverhalten geändert werden, die dann bereit sind und in der Lage sein, die Preise zu bezahlen. Dankeschön. So, ich würde jetzt sagen, Frau Dr. Klostermeier, da war konkret die Frage, was macht Kirche eigentlich mit den Flächen? Das könnten Sie vielleicht gleich noch kurz ergänzen und dann schauen wir nochmal eben halt, ob sowas jetzt, dieser Übergang subventioniert werden kann. Die Flächen, die die Kirche besitzt, sind konkret die Flächen, die die Gemeinden besitzen. Das heißt, jede Gemeinde verfügt über die Flächen und entscheidet darüber, was passiert. Es gibt zwar Pachtverträge, die sind im Rahmen der staatlichen Vorgaben verfasst, aber aus meiner Sicht würde jetzt noch sehr viel Luft nach oben sein, das in dieser Weise noch weiter zu präzisieren. Würde aber gar nicht so viel ändern, weil tatsächlich die Landeskirche das in dieser Hinsicht nur empfehlen kann. Jede Gemeinde ist selbstständig darin zu entscheiden, im positiven wie im negativen Sinn. Im positiven Sinne sehe ich es daran, es wird vor Ort entschieden, es wird vor Ort diskutiert, es wird mit denen diskutiert, die dort leben und arbeiten. Das sind zum Teil genau die negativen Sachen, weil das natürlich auch Interessen sind. Das Land ist erstmal dafür da, das hat bestimmte Dotationen, das ist fest gebunden, was dann mit dem Ertrag passieren soll, gleichwohl. Natürlich gibt es Interessen, die haben das eben beschrieben, die man auch mal kritisch befragen kann und sollte. Das wird gemacht, das kann ich Ihnen versichern, es wird in der Landessenode auch kritisch hochheftig gestritten, diskutiert und wir sind da wirklich Abbild der Gesellschaft, dass wir genau diese Diskussionen auch haben und wenn dann nur vorbildlich daran sein könnten, dass wir die Diskussion tatsächlich führen und da dranbleiben. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, ich säße hier und sage, guckt her, was die Kirche alles macht. Nein, ich kann nur sagen, wir sind da dran und wir versuchen, das am Leben zu halten, diesen Diskurs. Ja, jetzt war die Frage. Ja, es wurden von Herrn Koopmann, von Herrn Schrage sehr stark Ansprüche an Politik formuliert. Da kann ich nur sagen, ausdrücklich, vielleicht ist das auch geprägt dadurch, dass ich seit 2005, weil ich ja, bin ich ja gleich ganz rausgeflogen, aber seit 2009 wieder nur Oppositionspolitiker bin. Ich habe ja nur drei Jahre mitregiert in einer rot-grünen Koalition als Parlamentarier. Ich würde sagen, Politik ist immer auch ein Abbild und kann nur das auch formulieren, was von Ihnen formuliert wird und an Beisträgen geliefert wird. Dazu machen wir Angebote. Ich glaube, das ist in allen Fraktionen so. Wir machen ausdrücklich Angebote, sie mitzunehmen, sie aufzufordern, ihre Meinung dazu sagen. Wir machen vielleicht nicht genug, das kann man ja immer sagen, aber ich glaube, Politik kann letztlich nur davon gewinnen, was Sie von draußen auch mit reintragen. Herr Koopmann, das sage ich besonders zu Ihnen, weil ich natürlich weiß, was Sie da gemacht haben und das ist alles richtig, was Sie beschreiben. Wissen Sie, ich habe mit Agrogas überhaupt nichts zu tun. Ich war auch, nein, das ist sich nachher hinzustellen, ja, die Grünen haben das sehr stark unterstützt, den Gedanken, ja. Aber aus einer Situation, wir haben uns in der Landjugend seiner Zeit, war ich auch mal, irgendwann war ich mal jünger, haben wir uns sehr stark mit der Frage beschäftigt, kann man nicht das Methan, was eher schädlich ist in der Umwelt, kann man das nicht gewinnbringend einsetzen? Ich glaube, das ist heute noch ein wichtiger Gedanke, das Methan zu nutzen und es eben nicht irgendwie in die Luft zu pusten. Da können wir bei Hähnchenstellen und solchen Dingen viel drüber nachdenken, was da passiert. da könnte Agrogras ein gutes Verfahren sein, um das in Energie umzuwandeln oder kann es sein. Aber es hat sich eben entkoppelt davon. Der Mais war es ja dann, niemand, kein grüner, keine grüne Politikerin hat gesagt, baut mal Mais an und wir machen da, wir machen da Biogas raus und wir subventionieren die das bis in aller, bis am Ende aller Tage. Nein, das hat niemand gesagt. Was Sie zu Recht kritisieren können, das ist, dass Politik zu langsam ist, zu korrigieren. Es ist eine neue Technologie und da sage ich, wir werden es bei der E-Mobilität erleben, wir werden es bei vielen anderen Dingen erleben, die vor uns stehen, nennen wir es, was weiß ich, die 4.0-Revolution, wir werden viele Dinge sehr schnell erkennen, wo es gut läuft, wo es Korrekturbedarf gibt und das muss man einfach lernen, ich komme auch aus der Kommunalpolitik, bin ewig Kommunalpolitiker gewesen, nicht Bürgermeister, dass es so unendlich lange dauert, das zu korrigieren. Ja, wir wussten seit langem, dass diese meiste Entwicklung falsch läuft, Herr Kogmann, natürlich und Sie können kritisieren, warum habt ihr das nicht schneller korrigiert. Ja, jetzt ist korrigiert, jetzt ist so korrigiert, dass praktisch eine Vollbremsung war, wer kann denn heute noch, wer kann denn heute noch Agrogas darstellen und sich da für die nächsten Jahrzehnte einen Gewinn errechnen, geht ja nicht mehr. Wir haben es ja praktisch gegen Null gefahren. Das ist ja jetzt so. Ist das jetzt sinnvoll? Muss man nicht dann gucken, was ist an dieser Technologie, an der Entwicklung gut, was ist falsch gelaufen? Mit allen Nebeneffekten. Da muss man verlangen von Politik, dass sie schneller ist. Ja, gebe ich gerne zu. Herr Schrage, das ist natürlich etwas, was Sie anmahnen, was mich immer umtreibt. Ich versuche, das ist mein Grundsatz, Politik sehr schnell in die Phase zu kommen, wenn man das Problem erkannt hat, mit den Akteuren zu überlegen, wie kann es denn besser gehen. Das ist hier nicht bekannt, aber es ist bekannt in meinem Wahlkreis in Coesfeld, dass ich mich sehr regelmäßig im Morgen auch wieder mit einem Kreis von, ja sage ich mal, wichtigen Akteuren im Kreis Coesfeld regelmäßig treffe, um immer zu überlegen, wie kriegen wir jetzt die Probleme, zum Beispiel bei der Schweinehaltung, da gibt es ja auch noch ein paar Probleme, die Ansprüche der Gesellschaft an Tierwohl, sehen wir es mal so und das, was Realität ist in den Ställen, haben wir heute gar nicht besprochen, könnte man ja auch mal besprechen. Wie kriegen wir das zusammen? Wenn wir zum Beispiel sagen, Herr Koppmann, da bin ich wieder bei Ihnen, wenn wir sagen, es sind zu viele Tiere da, das sagen wir und wir sagen, wir wollen mehr Tierwohl und wir sagen zum Beispiel 20% mehr Platz für das einzelne Tier, könnte ja sein, vielleicht müsste es viel mehr sein. Sie würden wahrscheinlich viel mehr wollen, Herr Seifert. Dann habe ich automatisch, wenn ich, ich sage es jetzt mal hoch, wenn ich einen 4000er Stall habe und 20% weniger reintun, dann habe ich 3200. Kriegt er eine neue Baugenehmigung, Herr Koppmann? Kriegt er nicht mehr. Wo kriegt er die denn noch? In welchem Dorf im Emsland gibt es noch eine Baugenehmigung für einen neuen Schweinestall, dass er wieder auf 4000 kommt? Wahrscheinlich nirgendwo. Das ist, glaube ich, der Weg. Und dann müssen wir natürlich darüber reden, was kostet das? Natürlich muss die Landwirtsfamilie sagen, das kostet mich aber so und wo kriege ich das Geld her? Und das muss Politik beantworten. Mit der Wirtschaft zusammen. Was uns ganz schwerfällt in der Geschichte, das will ich auch sagen, was uns ganz schwerfällt, gerade wenn es um eine vernünftige Lebensmittelproduktion geht, ist, den Point of Sale an den Tisch zu kriegen, sprich den Lebensmitteleinzelhandel. Die kriegen wir nicht an den Tisch. Herr Berghecker nicht, ich auch nicht. Da kämpfen wir wie die Löwen, dass wir die mal sehen, dass die mal mitdiskutieren. Weil die entziehen sich in der Regel der Debatte, weil sie müssen ja dann Antwort geben, zwischen Verbraucher und Erzeuger sitzt nun mal der Lebensmitteleinzelhandel mit 80%, 4,4, wissen Sie ja, 85%, 4,4 Größen. Das ist eine überschaubare Geschichte. Aber die kommen ja gar nicht. Und das ist unsere Schwierigkeit. Herr Seifert, man kann sich immer ganz viel wünschen, natürlich in solch einer Diskussion, aber man kann nur wenige Dinge besprechen. Es bleibt vieles offen. Wir können das gerne fortsetzen. Ich habe da große Leidenschaft, das ist auch bekannt. Also wir können noch ganz viele andere Themen besprechen, aber wie gesagt, wenn wir jetzt beim Agrogas sind, wir müssen runter vom Mais. Es geht um andere Stoffe. Wir müssen runter von dieser irrsinnigen Subventionierung des Maises. Das hat zu totalen Verschiebungen geführt, das geht zu Verzerrungen geführt. Das geht überhaupt nicht. Da Sie alle zum vom Moderator angekündigten kühlen Getränk vielleicht gleich wollen, deswegen nur eine kurze Antwort in Ergänzung zu dem, was Herr Ossendorf gerade gesagt hat. Viele Punkte, die hier gesagt worden sind, kann ich nachvollziehen. Es ist die Frage gestellt worden, welche Brücke kann die Politik geben, wenn es schwierige Situationen im Markt gibt. Wie kann man Landwirten, die es schwierig haben, eine Brücke bauen? Wie kann man ihnen helfen? Welches Angebot kann man ihnen machen? Ich würde immer sagen, es kommt darauf an. Probleme konkreter Art bei Baugenehmigungen etc. Bei konkreten Fragen müssen wir vor Ort lösen. Wir haben nun mal die Situation, wir haben es gerade gehört, 5, 6, 7, 8 Prozent Biolandwirte, der Rest konventionelle Landwirte. Biolandwirtschaft finde ich gut, ist alles okay, aber ich ziehe nicht den Schluss, dass konventionelle Landwirtschaft per se schlecht ist. Sie ist dann schlecht, wenn sie übertrieben im Übermaß betrieben wird. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis hinbekommen, dass wir gerne den Anteil der Biolandwirte steigern, ohne aber die anderen konventionellen Landwirte über Gebühr zu beeinträchtigen. Wir müssen die allgemeine Diskussion einstoßen und selbst wenn wir den Lebensmitteleinzelhandel nicht an den Tisch bekommen sofort, dürfen wir da nicht nachlassen, weil eine dauerhafte Subventionierung von Preisen, ein Einkommenstransfer etc., was hier gefallen ist, das können wir nicht machen und das wird nicht gehen. Deswegen habe ich vorhin noch mal hochgeguckt, die Diskussion nachhaltiges Wirtschaften. Wir haben ein Wirtschaftssystem, das geprägt ist durch die Marktwirtschaft und Elemente des Sozialen hat und des Ökologischen in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen. Und da müssen wir schauen immer wieder, wie wir die Zielkonflikte lösen können. Und wenn es Schwierigkeiten für die Bauern gibt, Sie haben es gerade beschrieben, die Milchpreiskrise war noch nie so stark, wie Sie es in den letzten Jahren erlebt hatten, dann haben wir versucht, sowohl national als auch international zu helfen durch unterschiedlichste Mechanismen. Liquiditätshilfen, Steuererleichterung, Zuschüsse auf EU-Ebene und, 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 verschiedenste Maßnahmenpakete, aber nie eine dauerhafte Unterstützung, weil dem widerspricht unser Marktsystem. Und wir müssen schauen, wie wir dauerhafte Situationen gestalten können und das geht nur durch den Dialog. Wir reden ja von Nachhaltigkeit, von der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Das Wort oder die Beschreibung ist hier heute noch gar nicht gefallen. Das geht immer nur über alle Institutionen, Politik, Zivilgesellschaft, alle zusammen, international. Und wir müssen immer wieder sensibilisieren und wir müssen schauen, dass eine deutliche Veränderung der Einstellung eintritt. Und wenn dann, das sei mir vielleicht noch erlaubt, wenn dann führende, frisch gewählte Präsidenten großer Länder Klimawandel in Frage stellen, dass dieser Haus gemacht ist, dann macht mir das Sorge. Und da müssen wir dran arbeiten und schauen, wie wir international dran arbeiten. Wir müssen Vorbild sein und wir sind es sicherlich in einigen Bereichen. Wir können auch vieles andere machen. Wir müssen als öffentliche Hand Vorbildfunktionen erfüllen. Die Kirchen, Frau Klostermeier hat es auch beschrieben, sind es auch. Nur dann kann man glaubhaft in Gesprächen andere zum Umdenken animieren. Aber trotzdem müssen wir schauen, dass wir auf lokaler Ebene konkrete Probleme lösen. Und das wird ein langer Diskurs werden. Aber wir beiden sind nicht müde, diesen immer wieder zu führen. Das klang jetzt schon fast wie ein Abschlusswort. Wir machen jetzt noch eine allerletzte Runde hier und zwar noch mal das Wort Nachhaltigkeit. Klar, was ist für Sie ganz persönlich für Ihre Einrichtung, sei es die WU, sei es Kirche, sei es Ihr Hof, sei es der Bundestag, was ist da der nächste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit? Ja, wir werden hier in der DWU unser teiltägliches Energiemanagement weiter verbessern, Fahrten zusammenfassen und wir werden auch das Hausenergiemanagement noch weiterentwickeln. Und das ist sozusagen der erste konkrete Anlass, ein gut entwickeltes System weiterzuentwickeln und nicht nachzulassen, die Dinge zu verbessern. Aus kirchlicher Sicht heißt Nachhaltigkeit an der, also mit daran zu arbeiten, darauf hinzuwirken, dass sich Einstellungen ändern, dass andere Bilder entstehen vom Leben, vom guten Leben. Und das, glaube ich, geschieht vor allem durch die kleinen Dinge, die ich eben benannt habe, auch dadurch, dass Diskurse bleiben, dass darauf immer wieder befragt wird, wie transparent sind zum Beispiel auch Landvergaben, sehr konkret, also um das nochmal zu den Pachtverträgen zu sagen, also Transparenz ist wichtig, aber noch etwas anderes, also es gehören auch Bilder dazu, es gehören dazu, dass Leben auch anders geht. Und deshalb finde ich es gut, dass innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland, für die katholische Kirche weiß ich es jetzt nicht, langsam auch Gemeinden entstehen, die mit einer Postwachstumsökonomie arbeiten, die sagen, wir versuchen mal als Gemeinden anders zu leben, ökologisch orientiert, aber auch sozial orientiert, auch mit einer Ökonomie, die sich an anderen Kategorien orientiert, also Tauschökonomie. und dadurch machen sie etwas im Sozialsystem vor Ort und ermutigen dazu, anders zu denken. Das finde ich, ist eine Form der Nachhaltigkeit, die, also wenn wir jetzt Marktwirtschaft sagen, die da ansetzt, wo der Verbraucher ist, nämlich anders zu handeln. Dankeschön. Sie haben mich gefragt, was ich auf dem Betrieb als nächstes anders machen will. Ja, weiter den Weg gehen, den ich schon sehr lange beschreite, aber der tiergerechten Haltung. Ja, wer unseren Hof kennt zu Hause, weiß, dass unsere Tiere immer Zugang nach draußen haben, die Rinder immer auch auf der Weide sein können, sich da selber entscheiden können, wo sie hingehen. Gut, das haben wir seit Jahrzehnten schon verfolgt. Was mich persönlich im Moment ganz stark beschäftigt, ist die absolute Artenarmut in der Feldlandschaft und da alle Anstrengungen noch mehr erhöhen, dass wir auch noch mal unseren Kindern Kiebitz zeigen können. Ein Vogel, der früher bei uns am Rand der Börde, naja, man stolperte drüber, wenn man durchs Feld ging. Heute sehe ich fast keinen mehr. Auch noch mal ein Rebhuhn, was ich auch nicht mehr sehe. Diesen Arten wieder eine Chance zu geben, aber auch den Bienen, auch da habe ich ein Problem. Es liegt daran, dass wir die Futtergrundlagen verlieren, dass die Insekten weg sind. Wer findet denn heute noch die Autoscheibe voll, wenn er Sommernachts mal durchs Feld fährt? Da hat man früher heftig den Schwamm nehmen müssen, um die Scheibe zu befreien. Das brauchen wir heute nicht mehr. Vielleicht mag man das ja als befreiend empfinden, aber es hat natürlich dazu geführt, dass viele Arten keine Chance mehr haben. Und das müssen wir ändern. Zur Frage der Nachhaltigkeit und den nächsten oder die nächsten konkreten Schritte von mir. Ich darf im Haushaltsausschuss die Berichterstattung für die nationalen Naturerbeflächen begleichen, begleiten, übernehmen. Ich habe sie inne. Nationales Naturerbe, was bedeutet das? Das heißt, dass wir als Bund unter anderem auch versuchen, Vorbildwirkung zu übernehmen, wie das mehrfach angeklungen ist, dass wir Flächen unentgeltlich auf Vereine, Verbände, Institutionen übertragen, die dort extensivst bewirtschaftet werden oder sich selbst überlassen werden. Und da haben wir sowohl in den Koalitionsverträgen 2005, 2009 und 2013 Flächen verhandelt, jeweils drei Tranchen. Die Summe der Flächen, von denen wir da reden, sind über 150.000 Hektar. Es ist unter anderem das grüne Band, die ehemalige innerdeutsche Grenze. Das sind alte Treuhandflächen, das sind Tagebauflächen, die wir in der Republik finden. Und da soll man unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit sehen, wie sich Natur entwickeln kann, dauerhaft etablieren kann. Die ersten beiden Tranchen sind nahezu übertragen und in Bearbeitung, Ausnahmen noch. Und bei der dritten Tranche, gut 30.000 Hektar, sind wir gerade dabei, diese Flächen zu übertragen. Und die Hälfte davon wird nicht Herr Bottermann persönlich, aber die Stiftung, der er vorsteht, bekommen. Und da freue ich mich drauf, dass wir hier den nächsten Schritt gehen können, weil das ist, glaube ich, ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Wirtschaften. Und so schließt sich vielleicht auch der Kreis zum Gastgeber. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Bottermann, Frau Klostermeier, Herr Ostendorf, Herr Berghegger. Ganz herzlichen Dank Ihnen für das wirklich sehr engagierte Mitreden. Wir haben, glaube ich, heute eher Tiefenbohrungen gemacht. Wir sind nicht in die ganz große Fläche gegangen, aber wir sehen, das ist meine persönliche Meinung, Ethik ist immer konkret. Ja, man kann sehr viel wunderbar reden über ethische Herausforderungen und Kriterien, aber letztlich muss es dann immer auf die konkrete Wirklichkeit heruntergebrochen werden. Und für diese Konkretion möchte ich Ihnen allen ganz herzlich danken. Ja, jetzt in meiner Rolle als Einladender heute Abend ganz herzlichen Dank, Frau Klostermeier, Herr Reitemeyer, Herr Ostendorf, Herr Berghegger, ganz toll, dass Sie es heute Abend geschafft haben. Ihnen auch allen einen herzlichen Dank. Es war ein Experiment mit einem schwierigen Thema, das heute Abend hier mal zu diskutieren. Ich finde, es ist schon mal ganz gut gelungen und wir müssen uns mit diesen ethischen Fragenstellungen weiter befassen. Wirtschaftliches Handeln, Gerechtigkeit in der Gesellschaft bedarf des ethischen Rückgrates und deswegen glaube ich, müssen wir uns weiterhin mit der Thematik beschäftigen. Schön, dass Sie heute Abend gekommen sind und dafür, dass Sie es so lange ausgehalten haben, gibt es heute Abend auch was zu trinken und sogar ein bisschen was zu essen und deswegen freue ich mich, dass wir uns gleich noch beim Gespräch treffen. Nächste Veranstaltung hier am 20. April, dann findet eine Fotoshow in erster Linie statt, Storchen in Deutschland. Hans Glader, ein Storch-Experte aus Nordrhein-Westfalen, wird hier einen Vortrag halten und tolle Bilder präsentieren, wenn Sie Lust und Zeit haben. Das ist eine ganz andere Veranstaltung, aber eine Veranstaltung zum Genießen und Natur genießen und dann damit auch Nachhaltigkeit genießen. Also, Dankeschön und schönen Abend und bis gleich beim Bier.